Speistige Reiste reisen selten bis Elba, dann achtet euch halt selber. Hallo mein Name, na jetzt war es ein bisschen weit vom Mikro weg. Ja, Lipo, Lipo 4, Mythen entlarvt, der sagenumwobene sechste Teil jetzt. Und ja, ich hatte ja gesagt, in den ganzen Teilen, dass ich auf eure Fragen, Anregungen etc. und so weiter eingehe. Ja, es sind 133 Kommentare geworden, ihr habt es ja gesehen, ich habe auf keinen geantwortet und so, das machen wir eben jetzt. Ja, holt euch ein Bier, ein Kaffee oder irgendwas, das wird eine längere Geschichte auf jeden Fall. Ja, wir fangen bei der ersten Teil 1 an, da haben wir 33 Kommentare. Ich mache jetzt mal neuesten zuerst und ja, wir fangen einfach mal an. Achso, jetzt habt ihr nur mich gesehen, ne? Wartet mal, hier sind... Na, hier. Ich zeig's euch jetzt nochmal ein Lied zum Eisnersfeld. Ja, ich lese die jetzt einfach vor, ich werde mich einblenden, sonst ist es glaube ich zu langweilig, wenn ihr nur den Text seht. Oder ich mache mich ein bisschen kleiner, mal gucken. Probieren wir es so, so seht ihr nur die Hälfte, wenn ihr noch nach oben scrollt, so seht ihr ganz den Kommentar. Gut, fangen wir an, wie gesagt, wird ein Stückchen Seitenanspruch nehmen. Klasse Video, ich bin auch schon dran, mir Staplerzellen zu besorgen. Bleigel habe ich auch mal versucht zu rempfen. Hat leider auch nicht funktioniert. Bei mir war aber auch das Gel schon verklumpt. Vielleicht könnte man das verflüssigen und aus einem Bleisäure flüssig zu machen. Oder man holt das Gel raus und füllt den Akku wie eine normale Bleisäure wieder aus. Hat das schon mal jemand probiert? Gut, das ist jetzt wahrscheinlich eher so eine allgemeine Frage an die Community. Ja, ich habe es nicht probiert. Meine Erfahrung bei, ich kann dir nur AGM sagen, da gibt es auch das Video 10 Jahre AGM auf meinem Kanal, 10 Jahre alte AGM Batterie zerlegt. Und ich denke, dass die AGM und G dafür konstruiert wurden, damit sie eben nicht mehr gerempft, wartungsfrei, so ein Dünnschiss. Ja, dass es eben alles noch viel schlimmer wird. Und das sehen wir ja immer wieder. Das war witzig, lustig, komisch TG. Witzig, lustig, komisch TG. Guter Name. So, dann haben wir hier das nächste interessantes Thema für PV-Anlagen bzw. ESS-Speicher. Bei der Gewicht nicht so sehr die Rolle spielt, sicherlich eine Alternative. Bei Staplern, wo auch das Gegengewicht zur Ladung gebraucht wird, auch interessant. Im fahrenden Betrieb, wo gerade jedes Kilo zählt, sind LTO-Zählen zum Beispiel noch ein bisschen zu teuer. Also bleibt nur, live und vor, unter 20 Kilo bei maximal 80 bis 90 Kilo. Aber das Thema ist sehr interessant und ich werde das erfolgen und gegebenenfalls meine Planungen ändern. Einfach top. Okay, Georg Hoppe. Na ja, also da bist du auf mehreren Dingern auf dem Holzweg. Die LTOs sind günstiger wie die Lithiumeisenphosphat, weil die mehr zyklen können. Also in der Zeit, wo du Lithiumeisenphosphat musst du quasi dreimal kaufen, um auf die Werte von LTO zu kommen. Wobei ich das auch bezweifle. Ich denke eher viermal und wenn man alles falsch macht, dann fünf, sechsmal. Also das ist falsch. Im Fahrzeug hast du recht, weil LTO ist ja volumentechnisch mehr. Also es bräuchte mehr Platz, wobei bei den japanischen Busse geht das. In Deutschland geht das nicht, da ist das unmöglich. Ähm, ja Lithium-Ionen mein Guter. Also ich meine, die sind auch gefährlich und so. Aber wenn es jetzt um Gewicht, Leistung und Plage geht, da Lithiumeisenphosphat ja mittlerweile ja auch brennen und explodieren können. Was sie eigentlich schon immer können, aber Propaganda weißt du. Äh, ja da bist du ein Lithium-Ionen-Decker im mobilen Einsatz am besten zur Zeit. Wobei natürlich, je nachdem was du willst, wenn du jetzt nur aufs Gewicht und auf die, äh, ja Volumengröße etc. gehst. Wenn du natürlich Wirtschaftlichkeit gehst, LTO. Ne, du musst halt ein bisschen mehr Platz, machst du die Pute ein bisschen größer. Ist ja nicht so, dass die Autos heutzutage, die riesen Schiffe, ID.5 zum Beispiel, also da hast du genug Platz, ne. Ja, ist aber nicht ganz so das Thema hier von unserer Reihe, da geht es ja mehr um die stationäre Sache. Aber hier eben auch, auch falsch, sorry, ne. Nicht sorry, es ist halt einfach so, ne. So, bin auf die Folgevideos gespannt, habe selbst 80 kW Lithiumeisenphosphat zusammengebastelt und bin bisher zufrieden. Mein Beileid, ne. Blei hatte ich nicht genommen, da ich vorwiegend erstmal Angst vor Selbstentladung bei Bleibatterien habe. Wäre ja Mist im Winter. Aber bin natürlich offen, auch mal Blei zu probieren. Könnte ja sogar parallel klappen. Achso, Lithiumeisenphosphat und, und Blei. Hm, hm, mäßig nicht. Hm, also wir hatten jetzt mal so drüber gegrübelt, dass man sagt, äh, Dannis, dass du einen, einen kleinen LTO, nimmst, um, äh, ja, größere Ströme und bla, ne, dass du deinen behältst. Also da bin ich aber auch noch am überlegen, wie man das genau macht und so, weil das eben auch eine Lösung für Blei wäre, ähm, oder auch für Lithiumeisenphosphat. Ja, und spielt keine Rolle im Grunde und auf jeden Akku, weil eben der LTO ganz oben ist. Und die anderen sind ganz unten, weißt du? Das ist halt, ja. Keine Ahnung, du müsstest dir mal angucken, ähm, die Speichermedien unserer Zeit. Also Wasserstoff, äh, äh, ja, Akkus, äh, Spulen, Kondensatoren, da gibt's Listen. Guck da mal rein, dann macht's hier, boah, ne? Ja, und im Winter Mist, das liegt wahrscheinlich da dran, dass du parallel, äh, äh, in Reihe verschalten hast, Mono und Südausrichtung, ne? Also, was ich immer sag, Module falsch, also Modularb falsch, Ausrüstung, Ausrichtung falsch und, äh, Verschaltung falsch, ne? Und dann ist halt im Winter, ist halt kacke. Hab ich aber auch einen Haufen Videos dazu gemacht, wo ich gezeigt hab, Dani, dass, dass ich im Vergleich zu vielen anderen Anlagen, äh, 300% mehr habe. Wirkungsgrad, nicht Leistung, aufpassen, musst du da drauf achten, ne? Oh, hier hab ich sogar mal auf einen Kommentar geantwortet. Hm, können wir mal was erinnern. Okay. Mal gucken, ob ich immer noch der Meinung bin. Ich mach das jetzt mal zu, ich lese es, ne? Was ich geschrieben hab. So. Dann haben wir den, äh, Robby. Robby Lehmann, 71, 10. Innenwiderstand ist ja nicht alles, was einen Akku kennzeichnet. Nicht jeder Play-Akku ist eine Starter-Batterie und muss deren Anforderungen genügen. Also auch bei Kälte noch sehr höhe Strommel liefern können und so weiter. Dafür ist eine Starter-Batterie nicht zyklenfest. Zyklenfeste kapazitätsgleiche Play-Akkus wiederum sind nicht in der Lage, auch bei Kälte, die zum Starten von Verbrennungsmotoren nötigen Höhen strömen sind. Und das ist auf jeden Fall falsch. OSVs wiederum sind... Alter, warte mal, ich erkläre schon jetzt kurz. Wenn du jetzt, äh, also grundlegend, ja, kann man so sagen. Wenn du jetzt aber sagst, du nimmst eine Speicher-Batterie, die nicht für hohe Ströme geeignet ist und nimmst mehrere davon, dann geht's auch wieder. Ja, also das ist, hm, das ist natürlich im Auto wegen Platz und ja, aber dann machen können die rein. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Oder ein LTO, ne? So, OSV-Akkus sind oftmals nur für ganz wenige Zyklen spezifiziert. Stimmt auch nicht. Also das ist so, das ist so allgemein, ne? Jetzt sind wir aber hier im Blei-Thema Akku, ne? Eigentlich geht's ja im Delizium-Eisen-Verfahren. Ja, das ist eben auch wieder so ein Ohglaube. PSU mal I, also ihr müsst mal, wenn ihr jetzt so eine OSV habt, sagen wir mal mit 500 Watt oder 1 kW, wo dann draufsteht, dass die eine halbe Stunde oder so euren PC bei Stromausfall noch versorgen kann, dann guckt doch mal die Akkus an, Leute. Wenn du einen Akku nimmst, einen Blei-Akku, und du es den 100% überlasten, na ja, dass der dann nicht das hält, was draufsteht, ist irgendwo klar, oder? Das seht ihr auch bei dem Zero Brain, wo die hier über, über, das ist das Zero Brain Video, hoffentlich habt ihr ja gesehen, oder hoffentlich nicht, besser meine Reaction drauf, wo er eben sagt, ja, wir haben das hier bei Boden probiert, AGM, und die sind dann, da war 150 Zyklen, waren die Schrott. Ja, Decker, du hast halt die Entlade-Dings von den Batterien nicht beachtet, das würde euch aber bei Lithium-Eisen-Verfahren genauso passieren, und das versteht irgendwie niemand, ne? Aber gut, ist halt so, ne? Also das stimmt nicht. Blei-Akkus sind, Blei-Akkus sind, die Zyklen stehen fest. Wenn du oder ihr die Zyklen nicht erreicht, woran liegt denn das? Die Physik lügt nicht, Leute. Dann macht ihr was falsch. Ne, und das sind eben die Ladegeräte, falsch verschaltet, falsche Lade, ihr könnt ja mal Lade, 100 Jahre Lade, Schlussspannungsbetrug, oder wie ich das Video genannt habe, kann ja mal einer verlinken unter dem Video, wenn ihr Bock habt, für die anderen, dass ihr euch das mal reinzieht, dass eben die Ladespannungen immer nach unten korrigiert wurden, ne Ahne, und dann, wenn du alles falsch machst, die Module, alles falsch verschaltest, falsche Modulart hast, falsche Ausrichtung, falsche Verschaltung, merkt ihr langsam, was das Problem ist? Also für jede Anwendung den passenden Akku und nicht das verwenden, was man irgendwo preiswert bekommen hat und dann sich über die nachteiligen Eigenschaften mitklagen. Gut, das stimmt. Ne, es gibt halt viele, die, die, aber das ist auch wieder, äh, äh, Hobby, die, die Leistungsentnahme. Die holen sich keine Ahnung, mal ganz, ich hab mal selber so einen Idiot, Digga, ne? Äh, redet aus eigener Erfahrung. Und meine Zuschauer, die ganz, auch von dem alten Kanal, die wissen das ja noch, ich hatte damals zwei Autoballerien im Baumarkt geholt. Schlimmes hatte ich sogar auf Video aufgenommen. In dem Fall, die waren dann, keine Ahnung, nach wenigen Wochen, naja, Wochen, nicht, ein paar Monate haben die schon gehalten, ne? Oder so, ja, ich weiß es nicht mehr, ist so über zehn Jahre jetzt schon her, äh, ja, waren die halt Schrott, ne? Und, ja, aber wenn du zu viel rausnimmst aus den Dingern oder wie du gerade sagst, das stimmt ja schon, du musst für die Anwendung schon gucken, was du nimmst, ne? Dann war das irgendwo klar, dass es so weit passiert. Und das ist eben das Problem, warum dann alle sagen, ja, Bleibatterien sind scheiße, ne? Hab ich ja damals auch so, wüsste, aber dann, ich hab eben nicht aufgegeben und hab gesagt, na, Moment mal, wir sind die U-Boote, fahren damit und unser gesamtes Internet, die Nullstromversorgung beruht auf Bleibatterien, auch heute noch, äh, aktuell, 2024, ja, das muss doch einen Grund haben, ne? Und die, wenn du dann das mit den Ladeabschlussspannungen, Ladeverfahren, äh, hab ich ja in dem ehem Video, dass die, dass die, ähm, der Wirkungsgrad von Bleibatterien, das stimmt nicht, das, ihr müsst genau lesen, das ist der Ladewirkungsgrad, wenn ihr ein richtiges Ladeverfahren habt, mit der richtigen Ladeabschlussspannung, wie gesagt, aber wichtiger ist das Ladeverfahren, habt ihr 97 ungefähr, also 3% hat eine Bleisäurebatterie, chemisch gesehen, eben, äh, bei jedem Vollzyklus, sag ich mal, ja, Verlust fällt halt nach unten und bla bla, müsst ihr, könnt ihr euch selber mal schlau machen, das ist halt einfach so, ne? Aber kann man regenerieren, bla, gibt's auch, ich hab, äh, Video, Bleibatterie, zwölf Jahre alte Staplerbatterie, wo hier mein ganzer Krempel dranhängt, ne? Da hab ich ja auch regeneriert, die hat wieder mehr Leistung, als was draufsteht, nach, weiß ich nicht, 15 oder 12, ja, ich weiß nicht, wie alt es ist, guckt ihr ein Video. So, ob eine NC, also Nickel-Cadmium oder, äh, Nickel-Eisen-Akkus haben vielleicht nicht die größten Energietüchte, sind aber hinreichend robust und zügeln fest. Durch den Wasserverbrauch, Gasentwicklung beim Laden, erfordern sie halt mehr Aufwand beim Warten. Den Karbonatgehalt der Kali-Lauge, sie nimmt Kohlendioxid aus der Luft auf, sollte man auch im Augeballt und bei Bedarf die Lauge erneuern, ist aber alles machbar. Ha, da bist du beim Rischen, Robby. Weil ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich ein Elektroauto Clio hab mit Nickel-Cadmium-Akkus. Und, ähm, ja, das ist eigentlich geplant in dem EE-Auto-Reihe, aber ich geh jetzt schon mal ein bisschen drauf ein, bei einem Blei-Akku, ne, also du sagst jetzt hier muss Wasser nachgeführt werden, wenn du dir jetzt drüber nachdenkst, Wasserverbrauch, Gasentwicklung ist das selbe wie bei einer Bleibatterie. So, und da muss man schon stutzig werden. Übrigens gibt es das bei Lithium-Eisfosphat auch, wenn er übertreibt. So, da musst du doch schon stutzig werden. Wieso ist das überhaupt so? Ganz kurz und knappe Antwort, weil der Balancer fehlt. Da denkst du jetzt bitte selber mal drüber nach. Ganz explizit auf das Thema gehe ich, ähm, bei der E-Auto-Reihe, äh, drauf ein, ne. Das dauert auch immer noch ein bisschen. Da ist es eben so, dass ich genauso wie bei Blei den Ladewirkungsgrad erhöht habe, weil ich es anders mache. Ja, also ich brauche bei den, also bei den Blei jetzt aktuell, bei den Nickel-Karten, man weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich ja noch nicht, äh, im Real-Life gefahren bin mit der Bude, beziehungsweise halt nur hier im Garten hin und her. Man müsste es dann halt immer, wenn es richtig warm ist und mal richtig Leistung und so. Aber man kann das Ladeverfahren eben so machen, Hashtag Balancer oder eben das Ladeverfahren ändern, dass es nicht zur Gasentwicklung und Wasserverbrauch kommt. Natürlich, ein gewisser Teil ist immer, ne, das ist klar, aber nicht diese Unmengen, die, äh, allgemein bekannt sind, aber eben falsch sind, ne. Ja, da kann ich dich nur dann drauf hinweisen, dass mal die, ja, vom E-Auto da, dass ich da weiterhin drauf eingehe. Jetzt bin ich selber mal gespannt, was ich da drauf geantwortet habe. Interessant, doch bei Blei, irrst du dich? Das Einfrierern bedingt die Säure, die ist in allen Batterien gleich. Alle Bleibatterien funktionieren, genau, hier, ne, hier schreibe ich das nochmal, das ist eine Bleibatterie, das ist chemisch, bla, bumms. AGM ist Scam, KZ-Batterie ist Scam. Schau dir die Stapler-Akkus an, ha, siehste, hab ich vorhin auch gesagt. Nicht umsonst läuft die gesamte Wirtschaft seit 100 Jahren damit, ja, genau. Wenn die Deppen da auf Lithium umsteigen, wird alles 5% teurer, stimmt nicht, 50%. Also, die, 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 die Akkukosten und bla, das wird natürlich dann nur 2, 10% irgendwas im Handel ausmachen. Aber dann danach 5 Jahren, wenn die Turtel den Betrug merken, 10 bis 20 besorgt, dass ich schon mal einen Garten zum Essen anbauen, ne, ist so, ne. Auch die, außer, dass da innen wieder stand, nix, außer, oh, das hab ich jetzt vergessen, gut, dass ich hier, das mag bei Nickelcutten und Stimmen, doch bei Blei definitiv nicht. Die Millionen sagen, wie viel Strom der Akku liefern kann, dabei spielt das keine Rolle, was, was für ein Akku, was für ein Akku ist, ist deutsch. Bittet ihr aber mir nicht an den Deppen oder den Deppen, ne, ja, oder den Deppen, der sagt, ich kann nicht den ganzen, die ganzen Lügen korrigieren, doch zieh dir mal ein paar Witz von mir rein. Ich will kein Geld von dir, ich verkauf dir nix, ich bin nicht gesponsert und die meisten Firmen meiden mich, Giermen meiden mich. Und schau mal, bei dem du den Müll Lügen gehört hast, die verarschen dich nur, lass dich nicht verarschen und verarsch dich nicht selber. Gut, ja, hab im Grunde genommen mal das, also da innen wieder stand, also die Aussage ist nicht alles, na, keine Ahnung, also das ist, ja, die Ohren, ne, P ist U mal I oder Uri, das ist die, damit rechnest du eben aus, was das Ding an Bums kann, ne. Oh ja, guck mal, hier sind sogar noch Antwort kommen, da hab ich jetzt gar nicht auf den Start auf U eingehen soll. Mach mal, wird eh ein 3 Stunden Video oder so. Also, bei 1,26 Messwerte müssen an irgendwas festgemacht werden. Ein leerer, halbleerer und voller Akku haben unterschiedliche innen wieder schon deswegen hier auf 50%. Hm, na, okay, da ging's da drum, wo ich gefragt hab, glaub ich, äh, na, warte mal, wir können ja mal draufklicken. Ah ja, genau, warum die, äh, bei Lithium-Eisenphosphat wird bei, mit 100% Ladung gemessen und bei Bleibatterien mit 50%, um das, die Dockman aufrechterhalten zu können. Welcher, blub, 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 welcher baut seine PV-Anlage auf 1C auf? Oh, 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 da hast du jetzt keine Freunde gemacht, glaub ich. Ich, ich verweigere die Aussage, ich hab Bleibatterien, das weiß ich nicht. Kann, ne, kann doch ja mal eine kleine Nachricht schreiben. Also, ich kenn schon ein paar, die das so machen, ne, also, einige. Naja, ich mein, in einer Stunde voll wäre schon an sich geil, nur was bringt es dann, wenn der Rest des Tages nicht gespeichert werden kann und man hier locker 5 bis 6 Energie verpuffen lässt. Vielen lieben Dank, Digga. Das ist auch ein Problem meiner Meinung nach von dem LTO-Akku, wenn wir jetzt auf die Stromlieferfähigkeit uns beziehen. Das ist, ja, wenn du hier eine Galvanisiererei daheim hast oder einen Hochofen wie Tösengrund, brauchen wir das, glaub ich, nicht. Aber bei den LTO geht's eher um hier, weil du einfach billiger hinten raus wegkommst. Auch, wenn alle zu blöd sind zum Rechnen. Ich mein, in einer Stunde, genau. 1C entladen ist halt genauso blöd-synik. Hast nach einer Stunde deine Kille wird verballert und sitzt dann wieder am Netz. Geh einfach mal von 4, also in 12, also... Okay, ja gut, das ist irgendwo klar, wobei, ne, gut, gehst du halt mit der Kapazität hoch, aber dann, ne, du merkst es auch, also Retailer hat es auf jeden Fall erkannt, dass dieses 1C-Märschen und, 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 wobei es nicht mal 1C ist, ne, das sind ja nur die Märschen. In Wirklichkeit ist es ja 0,5 Endladen, glaub ich, damit ihr auf 3000 Zyklen kommt, 0,3 Laden. Ne, also dann bist du sowieso durch. Da holt euch LTO, wenn ihr unbedingt, das ist 10C, Digga, wenn ihr in Lithium-Eisen-Refat-Schrott im Müll hauen, Digga, ne. Aber da kommt eh noch was Lustigeres, bleibt dran, das hebe ich mir für irgendeinen Kommentar. Was, äh, i, äh, Speedy schreibt, iR-10 ist bei unterschiedlichen Ladezustanden nicht immer unterschiedlich. Meine winsten Zellen juckt es zum Beispiel nicht, ob voll oder leer, immer dasselbe, ja, ha, das reimt sich sogar. Ha, schon gleich. Ähm. Ähm. Bei LDU ist das ähnlich. Das Ding ist, du müsstest halt, damit du das merkst, also du hast auf jeden Fall recht, Spiele, aber du müsstest halt den LTO noch, äh, oder, äh, oder, äh, Lied zum Eisenfahrt noch weiter entladen, wo dann die Diefen- und Tiefentladung kommen würde, was natürlich Schwachsinn ist, macht das nicht. Aber dann würde natürlich auch der Entwederstand, äh, höher werden. Davon habe ich auch welche, siehst du, und sind die Individuen-Stände dann immer gleich, egal bei welchem Ladezustand. Bei den Individuen-Ähnlich gegebenenfalls mal, oh, ah, okay, das schreibt, doch, was? FL-Dutsch, Dutsch, Dutsch, ich sag's mal Dutsch. Interessant ist, die EW sich hier genauso verhalten. 2008 große Zellen, da ist es klar. Du meinst, immer gleich, egal, wenn die Zellen, dann kommt es zu groß. Nicht 200 gleich, aber eben kaum ein Unterschied, weil der Individuen-Widerstand eh schon extrem niedlich ist. Ich muss zwei Dinge noch suchen, um den Test von meiner Seite auszumachen. A, den Modellbaulader, weil ich keine Labornetzeile besitze, und B, den größeren Entlader. Wir hatten erst Renovierung, ich weiß gerade nicht, in welcher Kind. Okay, ähm, ja, Digga, bau dir mal ein Labornetzeile, Batterie, Step-Up, und, äh, ne, Quatsch, eine Batterie, oder einen Lade, ähm, Drabo, irgendeinen Rotz, und Step-Down, dass er dann auch auf unter 3 Volt und so kommt. Easy, easy, kannst du ein Joule-Tief nehmen, wenn du, ne, ne, also, das ist aber, Jungs, hier beim LTO genauso. Ne, wenn ihr natürlich, wenn wir jetzt sagen, man nimmt so einen Puppenstuben-LTO, und zieht dann die, ja, die 10C, also, ich weiß es nicht, aber ich denke schon, wenn er dann leer wird, da wirst du dann schon in Mühe messen können, aber weil die halt so krass sind, wirst du da kaum was messen können, also, da, geh ich schon mit. Und natürlich, was ich auch immer gesagt habe, Kapazität hoch, 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 umso mehr, umso besser, ne, dass eben nicht auf Null kalkuliert, und auch nicht in die Schnellladung kommt, bliblablabla, habt ihr ja an der Videoreihe theoretisch schon gesehen. Wir sehen, so, Glied zum Eisenstoffat, IWG, da müsst ihr eigentlich schon Werbung kriegen hier, ne, für die ganzen LF280K, keine Ahnung, 0,1, also, das ist eine Typenbezeichnung, je Zelle gemessen direkt an den Zellpol, 0,22 Milliohm pro Zellernamme. Ist halt die Frage, was du misst, wie, was du misst, Zellen einzeln, Batterie komplett, inklusive aller Verbindungen, inklusive BMS, da musst du schon ein wenig unterscheiden, ja, na klar, mit BMS und allen Krempeln drum und dran, das liegt zum Eisenstoffat sogar beschissener wie Bleibatterien, wenn du aber Staplerzellen musst du nehmen, natürlich nicht die Schrottdinger aus dem Bomber. Was die Stromwerte angeht bei, live bevor, alter Hut, ja, Schrottdinger, das ist, äh, 0,1c maximal, oder hat nicht, ich glaube, 2,3c, haben manche, bei Winston habe ich es, glaube ich, gelesen, Schrottdinger, LTO hat 10c, das Dreifache, was willst du mit dem Dreck? Größte Zelle bei, oh, das ist interessant, das hatte ich ja gefragt, ne? Größte Zelle, warte mal, ach, äh, FL tut schon, erstmal, ich hab deinen Namen vergessen zu erwähnen, größte Zelle, 560 Ampere, das hatte ich im Video gefragt, ob irgendjemand weiß, weil ich jetzt nicht so genau gucke, was denn die Größten sind, aber noch nicht auf dem freien Markt gesehen. Erhältlich ist, ah, nein, du, jetzt, jetzt kommt's schon, da ist der Kommentar, mal los, ähm, erhältlich ist Lithium-Y-Pofor, Hydrium-Dotierung, oder wie das jetzt, keine Ahnung, Winston Thunder Sky mit 1000 AHZ, kostet 1300 ohne Steuern, die Zelle, sie kann 10c entladen, 3c laden maximal, aber auch hier wird 0c für entladen empfohlen, ja, das ist klar, Vorteil laden, genau, das ist interessant, hier haben wir noch den Punkt, äh, das hatte ich in der ganzen Videoreihe noch gar nicht erwähnt, das ist eben für Teil 6, hab ich mir das jetzt aufgehoben, bevor die Videoreihe losgeht, hatte ich, glaube ich, sogar mit Speedy, ähm, oh, da ging's auch schon mal um die Zellen, ne, ja, Speedy, da ging's schon mal um die Zellen, hatten wir dieses Thema auch schon mal. Und interessanterweise hab ich jetzt so im Nachhinein, und das müsst ihr auch eingestehen, dass alle haben ja jetzt diese Lithium-Eisensphosphat, die ganz normalen gekurvt, die bis minus, äh, die ab 0 Grad oder unter 0 Grad eben scheiße sind, beziehungsweise sogar kaputt gehen und eben nicht mehr funktionieren. Laden, ne, entladen darfst du ja. So, dann muss Heizung, und dann siehst du auf YouTube die Videos, oh, jetzt ist Winter, jetzt kann ich ja meinen Akku gar nicht mehr benutzen, also Datenblatt nicht gelesen beim Kauf, ne, steht hier alles drin. So, und da frag ich jetzt mal die ganzen Lieblings-Youtuber hier, die mich, ne, die bei mir abschreiben, mich aber nicht kennen, ne, Jungs, wieso tut denn ihr euren Zuschauern den Schrott anbieten, und nicht die, wo ihr gar keine Heizung braucht, weil wenn ihr jetzt in der Garage oder zumindest mal in einem Verschlag oder so, wo ein paar Bretter sind, äh, oder ein alter Schuppen-Duck, da kommst du nicht auf minus 20 Grad, ne, da bist du bei, was weiß ich, wahrscheinlich nicht immer unter Null, so, und dann könntest, könntet ihr den ganzen Krempel dämmen, und, und, und Heizung, und alter, hau ab, alter, so ein Müll, kauft euch, wenn ihr den Dreck kaufen wollt, dann kauft euch die, aber das ist auch schwarz und kauft euch LTO, die sind bis minus 50, ohne Einschränkungen. So, so schaut es aus, und es spielt keine Rolle, wie gemessen wird, ein Gehörtsorte, und es spielt eine Rolle, wie groß die Zelle ist, weil der E-R von der Kapazität abhängig ist, natürlich, und es spielt der Hersteller eine Rolle, ne, Schrott ist halt, dann hast du schlechter Werder, ne, ist klar, es gibt so viele Faktoren, die zu beachten sind, dass man das Ganze überhaupt nicht verallgemeinern kann, doch, es gibt physikalische Gesetze, das ist keine Verallgemeinerung, das sind physikalische Erkenntnisse unserer Wissenschaft, ne, das ist keine Verallgemeinerung, man kann höchstens so messen, wie es im Datenblatt der Zellen steht, und damit überprüfen, ob die Zellen hier eingegeben Spezifikation entsprechen, ich habe es hier auch nochmal beschrieben, der gute Action verwechselt und vermischt hier leider sehr viele Sachen, ne, mache ich nicht, mein guter, also, die Aussage, dass die AC 1kHz Messung oder DC Messung dasselbe rauskommt, hast du das mal nachgemessen, Digga, mess das mal nach, also meiner Messung kam andere Ergebnisse aus, deswegen sage ich das ja, ne, so, ich hoffe, dein Kommentar steht in 2 Wochen noch, bist auf jeden Fall schon in Teil 6, wenn du meine Witze nicht schaust, dann lass es doch einfach gut sein, du empfiehlst mir also das Messgerät, was ich seit 2 Jahren nutze und sogar in der Beschreibung verlinkt ist, die Gefühlswahrung messung hast auf meinem Kanal auch nicht gesehen, jup, dann hast vollkommen recht, ich habe keine Ahnung, de-abonniert bitte und gut, muss ich mal gucken, was er noch geschrieben hat, habe ich, das habe ich gar nicht gesehen, auf jeden Fall stehen die Kommentare dann noch drin, soweit sie nicht von YouTube gelöscht werden, ich habe dir kein Messgerät empfohlen, und ich sage auch nicht, dass alles falsch ist, was du erzählst, im anderen Video Betrug mit falschen Angaben, vergleichst du einfach so viele Innenwiderstandsangaben, die du nicht einfach so vergleichen kannst, doch kannst du, du kannst keine unterschiedlichen Kapazitäten beim, ja, miteinander vergleichen, genauso wenig wie du die Einzelzähnen mit kompletten Akku-Box miteinander vergleichen kannst, natürlich kannst du das vergleichen, du musst natürlich schon die Ampere-Stunden beachten, habe ich doch gemacht, die passt halt nicht auf, ne, es reicht bereits aus, wenn der Hersteller ein anderer ist, und du bekommst andere Werte bei gleicher Kapazitätsgröße, ja, dann sind die Schrottdinger, deswegen machst du ja die Innenwiderstandsmesse, um rauszukriegen, aber bei der Ampere-Stundengröße dein Akku eben Müll ist, oder wie, ne, so prüfen wir ja auch die Blei-Akkus mal grob, ob man die noch regenerieren können und so, und warum nützt du denn ein Messgerät, wo du im anderen Video sagst, dass es diese niedrigen artigen Werte angeben, um zu schummeln, warum ich, das hatte mich doch nicht auch schon mal gefragt, das habe ich doch in der Videoreihe, hatte ich das damals erklärt, weil für das Regenerieren, ja, wie soll ich denn das jetzt sagen, also ich kann ja nicht reingucken in die Batterie, und mit einem Voltmeter, oder nur mit Ampere-Messung, und dann musst du eine halbe Stunde belasten, und so, ja, das wäre der richtige Senke, wäre der richtige Weg, das ist schon klar, aber wir haben es eben so gemacht, der Falco hatte damals mit dem Messgerät angefangen, und ob die Werte stimmen, ob das richtig ist, da habe ich keine Ahnung, da habe ich nie behauptet, ich, wir haben nur, also beziehungsweise ich, und viele andere auch, die Messgeräte eben genommen, um Protokoll zu führen, das muss man sagen, wir nehmen eine Batterie, die hat 10 Ohm, laut dem Messgerät, mit dem Messverfahren, von dem Hersteller, ja, alles schön und gut, spielt überhaupt keine Rolle, haben die dann versucht zu regenerieren, und wenn wir es geschafft haben, haben wir oft geschrieben, okay, wenn das Messgerät das anzeigt, war es einmal möglich, eine Batterie zu regenerieren, und im Laufe der Jahre, ist dann natürlich, hat sich ein gewisses Muster ergeben, dass du jetzt sagst, wenn du eben oben hast, eine Autobatterie, die kannst du höchstwahrscheinlich weghauen, außer es ist komplett leer, da muss immer Wasser erfüllen, ne, aber sonst kannst du schon, prima, daumen, also es vereinfacht halt, und spart halt Zeit, das ist natürlich keine, für mich ist das keine Angabewert, der physikalisch richtig ist, oder so, nein, natürlich nicht, das Ding hat, das hat uns Messgerät gekostet, 20 Euro, ne, das kannst du vergessen, da brauchen wir nicht drüber reden, naja, ne, so, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war, scheiße, ach ja, genau, ja, also ich hoffe mal, das auch klar, ich könnte dasselbe jetzt auch mit, DC Messung machen, aber wie gesagt, es ist halt schneller und einfacher und mir ist das jetzt egal, ob das ein Milliohm oder zwei Milliohm, hinter und nachher, das spielt da keine Rolle, Digga, die Messungen an den Akkus, habe ich da nur gemacht, zum Beispiel an dem, an dem 12 Volt Akku, hier, den 12 Jahre alten, äh, ja, um euch das einfach mal zu zeigen, ob das nur genau richtig ist, oder nicht, weil ich eben da, bessere Werte habe, als Lithium Eisnern mit BMS, ist ja irgendwo auch klar, bei denen, kommt halt auch darauf an, wie ihr den, den LTO baut, wenn ihr jetzt in das BMS Scheiß, wieder den Müll, den es zu kaufen gibt, dann habt ihr dieselbe Scheiße, dann kommt er nicht raus, aus dem Ratten noch, wir haben selber einen Balancer gemacht, fertig, das sind Müll nicht, gut, also ich hoffe, das ist da angekommen, also, ich bleibe dabei, dass das dünnschiss ist, ne, das ist einfach nur, um den Leuten, ja, ich sag mal, so die meisten Leute, können doch eh nichts, mit dem Widerstand anfangen, die wissen auch nicht mal, was P, U, I, die haben das nicht drinnen, verinnerlicht, nur, da kannst du mit als solchen Werten, machst du halt besser Werbung, das, mein Gott, gut, die werden ja nicht bei minus 20 Grad, die Scheiße messen, ne, wahrscheinlich eher, ein bisschen wärmer, und die Topwerte, wie es bei VW, oder wie es halt alle machen, die niedrige Werte, kommen durch die Messmethode, bei, ein Kilo, als AC zu, weil keine, Übergangsüterkabel mitgemessen werden, und nicht, weil geschummelt werden soll, also, die schummeln, es kommen andere Werte raus, was nicht schummeln ist, und das liegt an dem Messverfahren, es gibt es ein anderes, wo das nicht wäre, aber wir machen also kein Schummeln, aber, bitte, deabonnieren mich doch, Digga, beziehungsweise, es ist eh das letzte Mal, dass ich so ein Format mache, das ist einfach ein Standard, den du in fast allen Datenblendern findest, auch selbst überprüfen kannst, bei DC-Messung hättest du, einfach zu viele Faktoren mit drin, die deine Messung beeinflussen, und deswegen wird AC und vier Leitern, und vier Leitern gemessen, ja, aber das Richtige ist nun mal DC, ich weiß nicht, du schreibst ja selber, weil es halt einfacher ist, weil das, und, das ändert doch nicht, verstehe ich nicht, was, ich stehe aber nicht, weil ich den, wie das, zur Regeneration, gerne angeschaut habe, und ich freue, dass du die Dinger wieder fit bekommen hast, achso, die Blei-Akkus, man muss allerdings dazu sagen, dass im Teil 8, Nummer 0,0c, ein Ladestrom befassen sind, das ist für einen 3-Akkus, gibt es eine Entschuldigung, ja, ein Ladestrom, 0,05c, what, ding, ich hab, der PC zieht 300 Watt, 300 Ampere schon, 300 Watt, das ist nicht 0,05, ich hab ja sogar mehr gezogen, 300, auch 350 schweren, werden Nennleistung, und ich war drüber, ich glaube 300, 600, so seht ihr auch, ich hab, 3 oder 4 Videos, auf meinem Kanal, wo ich diese Aussage hier, äh, ja, vor, ja, Monaten oder Jahren, schon gezeigt hab, also deswegen sag ich, äh, du penst anscheinend ein, bei meinem Video, oder guckst die nicht richtig, du verstehst das irgendwie nicht, natürlich hab ich auch mal, bei 0,0,50, ja, mein Gott, aber guck doch mal, wo ich maximal, ich hab, äh, hab ich doch mehrfach gezeigt, dass mein Drucker hier, dass ich über 1 kW, dann aus den Batterien ziehe, obwohl ich nur 300 durfte, das hast du natürlich, wieder aus Versehen, überlesen, oder was, also entweder bist du ein Troll, oder was, oder guckst halt meine Videos, nicht richtig, und wenn du meine Videos nicht richtig guckst, der hör doch auch so eine Scheiße zu schreiben, ist nie böse gemeint, der ist einfach nur ne Malheit, bei OH, Grüße gehen raus, oi, da haben wir den ersten Teil ja fast rum, 3,5 Stunden nur, krass, so, was haben wir denn hier, einfach da Martin, Martin, moin moin, Martin, hab ich Martin gesagt, ne, das war so ein bisschen aus deutsch angehaucht, sorry, Martin, bei Haltbarkeit, egal, gehen bis zu 20c, bei, Lithium Eisen, einfach mal probieren, 3-Milli-Abenbär, Lipo-Hochstrom-Akku, lange halten wird es nicht, hä? what? hm, bei Haltbarkeit, Martin, hast du die Datenblätter nicht gelesen? Ich weiß nicht, ob ich die Datenblätter, das kann natürlich sein, dass ich jetzt im Teil 1, das noch nicht gezeigt habe, was dann im Teil 2, 3 oder wann, da hatte ich ja die Datenblätter gezeigt, da brauchen wir ihn jetzt hier, glaube ich, nicht dafür fertig machen. Das, du mal meine Antwort, 6, gewiss, liefern kann, da ist jede Datenblätter besser, die kann auch 2000 Ampere, also kurzen Strom, das ist etwa mit Birnenvergleichen, das kannst du mit jedem Blei-Akku auch machen, die 150 Ampere AGM, die ich zerlegt habe nach 10 Jahren, konnte 1200 Ampere Lautband, da haben wir nochmal die AGM, da kannst du Livebook vorwegschmeißen, LTO, da kannst du wegschauen, auch die Y-Legger, auch Schrott. Diese Angaben sind kurz vorm Platzen, da hast du dann wie Zero Brain 150 Zyklen, aha, ich habe das nochmal geschrieben, was wir vor uns hatten, doch das kann doch nicht Diskussionsgrundlage sein, habe ich den S vergessen, den Akku extra in die Schnellladung zu bekommen, der Trick ist, die Spannung fällt aber nicht, das interpretieren leider zu viele, dass da mehr Watt drin ist, gibt zu viele, die ihr Blei um 3000% überlasten und sich dann wundert, warum nur 100 Zyklen, geht nochmal, die Hersteller freut es, ich mache 2004 dann einen Witt-PV-Speicher, da lasse ich die Bombe platzen, oh, muss ich noch ein Video machen, ach, mit der Berechnung von den LTO, das habe ich ja jetzt im Grunde genommen schon rausgehauen, ja, kann man nur hoffen, dass die mal irgendwie ein größerer YouTuber irgendwann mal auf das Thema kommt, okay, das kann aber jetzt unter 2. Kommentar gewesen, aber weiter, auch nochmal von Martin, stationäre Live-Probewerden mit 0,5c bis 0,8c betrieben, sonst sind sie vorher Schrott, das ist auch falsch, seht ihr dann in Teil 2, 3 oder was, für sich, da habe ich die Datenblatt raus, dass eben diese 0,5 entladen und 0,3 laden, wenn kein Y mit drin ist, einfach mal in die Garantiebedingungen schauen, ja, macht das mal, musst du mal reingucken, wichtig sind hier Jahre und nicht die Zyklen, bei der PV schaffst du vielleicht pro Jahr zum Fütteln, sind die 12 Jahre, suchen und herrschende mehr als 12 Jahre, gern die geben, die Entladen ist hier bei dem ich gefunden habe, mehr als 0,5c, ja, gut, kann sein, muss auch mal genau in den Datenblatt und in den Garantiebedingungen, vor allen Dingen lesen, die werden dann schon ihre Schlupflöcher haben, wie das auch die E-Auto-Hersteller und so weiter, schau mal genau ins Datenblatt, bei dem sind es 0,33, guck, hier haben wir den Wert zum Laden, in den folgenden Teilen zeige ich noch mehr Datenblätter, ah, guck, da weiß ich noch, da bin ich zum Beispiel, Winston zum Beispiel, da ist es auch so, wo hast du die 0,8c, hast du eben ein Datenblatt, das könnte ich dann in Teil 6 korrigieren, die Frage ist immer, was im Datenblatt steht und was der Hersteller, der Batterie draus macht, Rest ist in Telegram und nicht hier, hm, der, zwei Monate her, Telegram-Gruppe, hau ab, ey, das finde ich nie wieder, keine Ahnung, also, es wäre ja jetzt hier ein Link zu dem Datenblatt, wo die 0,8c drinstehen, hast du nicht geliefert, ich weiß nicht, kann sein, dass es in Telegram wirklich reingehauen hat, der Sticker, aber, ja, wie gesagt, zwei Monate her, weiß ich nicht, kennst du ja jetzt vielleicht ein Martin oder jemand, der ein Datenblatt hat, kann das ja noch mal in die Kommentare reinhauen, einfach den Link, den muss ich freischalten, also, ihr dürft schon links bei mir posten, aber den muss ich freischalten, Pornolinks gehen nicht, ich bleibe YouTube oder Werbung, also, kein Link von dir, und, ja, weiß ich nicht, ich habe die Datenblätter gezeigt, brauchen wir nicht weiter drauf eingehen, sage ich mal, ohne ein 7 antworten, also, ein paar Kommentare habe ich anscheinend doch geantwortet, und zwar haben wir den lieben F-Lose, das mit 100 Milliohmen, damit kann man dann aber kein Auto mehr starten, ja, da haben wir uns ja lustig gemacht, ich und der Robert, weil wir das mal ausgerechnet haben, dass du dann kein Auto mehr starten kannst, und so, besonders im Winter nicht, ich muss dazu sagen, dass ein Lithium-Akku-BMS auch, nicht mal so 5 Milliohmen in Reihe zusätzlich dazu macht, also, zum Akku-Innenwiderstand dazu, und so ein BMS braucht man, bei jedem Lithium unbedingt, uuuh, 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 ich gucke mal, dass ich demnächst ein Bau-Play-Akkus noch günstiger bekommen kann, als Solarspeicher, weil die Lithium bei unter 0 Grad, nicht mehr geladen werden sollen, oder höchstens nur noch mit übelst extrem niedrigem Strom, geladen werden können, weil sich Lithium-Akku-Innenwiderstand sich nicht mehr in die Graffitsch einlagert, und das ist sehr doof, als, also normal Lithium-Akkus, Lithium-Ionen, sind irgendwie, nur schön Wetter-Akkus, da haben, ne, achso doch, da muss ich jetzt, auch täglich Lithium-Akku aus meinem Roller rausnehmen, in warmen Laden, und nicht zu lange im Roller lassen, dass er bei der Kälte draußen nicht so kalt wird, also Lithium-Ionen hat Robert, zusätzlich in den Roller eingebaut. Ja, mit dem BMS kann man uns streiten, also, das war vor zwei Monaten, mittlerweile ist Robert auch bei, auf dem Trip zu LTO, sage ich mal, und da hat sich natürlich das dann hier erledigt, und da können wir, Robert, dieses BMS in den Müllbau, den, äh, den, äh, den Baulenser, ja, den Balancer selber, wir nehmen den von, von Astra, und fertig, da hast du 0 Milliohm, wir könnten natürlich noch, äh, in, 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 rein machen, oder so, zur Sicherheitsabschaltung oder so, das wäre mal, eine Schaltung, die könnten wir noch gebrauchen, und dann eben, also, ein bester, besten, den wir finden können. Ah, ihr habt schon geschrieben, Worte mal noch ab, ich habe mit Astra nochmal gesprochen, leider erst, nach der Reihe, ich will die Bombe, noch nicht platzen lassen, auf jeden Fall, da haben wir alle, live Bevornutzer haben, richtig in die Scheiße gegriffen, da bist du mit deinen Ionen noch gut, ich sehe zu, dass ich dazu noch einen widmer, mit Berechnung, da füllt's vom Club ab, wie alle, wie doof alle sind. Ja, mal gucken, ob das Video noch kommt, und eigentlich reicht das, wenn ich jetzt hier auf jeden Müll eingegangen bin, ich glaube, da haben wir fast alles durch, also, wo man an der Stelle, hier wäre nochmal diese, Y-Team, also Y-Litium-Eiserfahrt mit Y drin, die wären auch bis minus 20 oder 30, was die Leute teilweise schreiben. Funktioniert. Danke für die Info, das packe ich dann in Teil 6 rein, weil dann verliert der immer wegen dem Balancer. Ja, habe ich damals gar nicht dran gedacht, ne, dass der, die, die 10 Milliohm, zum Beispiel bei den E-M-Video, da ist eben auch der Balancer mit drin, und Robert bestätigt, das ist nochmal mit den 5 Milliohm weg, hast du dann die Herstellerangabe von dem Akku. Ist aber der Drecks Balancer noch drin, habt ihr bei Blei nicht. Aber andere Vor- und Nachteile, gibt auch Balancer, die, also, hier geht's ums BMS, das ist nur die Abschaltung, das ist eben der Mosfet in der Abschaltung, dass das Balancieren an sich geht auch mit 0 Milliohm. also, knapp. Gesamt gesehen mit 0 Milliohm, zumindest beim Entladen. So. Der Balancer, für ein bisschen gar nicht, aber eine BMS, Kurzschluss, Überspannungs- und Schutz macht. Genau. Da könnte man mal gucken, Robert, ob man da irgendwie, geht das nicht noch besser? Ich bin nicht gut, 5 Milliohm ist nicht viel, aber geht das nicht noch, ist es schöner noch? So, ja, der Thomas hat geschrieben, was richtig und ob die Zähne wirklich nicht mehr haben, ist auch fraglich. Man könnte es ja deutlich sehen, im Datengrund, dass die Zähne weniger, und das ohne BMS. Ja, ich vermute jetzt auch mal, Thomas, dass die damals einfach das BMS, komplett den Akku einfach außen in der Pule gemessen, und da hast du ja allen Kampel mit drin. Und das ich für Zähne bekommen, das kann sich auch noch unterscheiden, leider. Ja, auf jeden Fall. Mal auch noch ein Herzchen hier, dass wir es gesehen haben. Ja, da war das Teil 1, dreiviertel Stunde, boah, das wird ja dann in fünf Stunden Video oder so, aber ist mir egal, nützt ja nicht. Ich mache jetzt hier an der Stelle meine Lene Pause, sonst, hocken wir mir mal Mund aus. Kennt euch auch, geht mal pissen oder was weiß ich. Auf euch, Männern und Mädels, Genossen und Genossinnen. Nein, 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 nein. Bis gleich. So, hier haben wir Teil 2 mit 37 Kommentaren. Scheiße. war Hans Dampf in allen Ecken. Was denn das für ein Horst? Nee, Action. Horst, weiß ich nicht. Das ist auch ein Warmer. Was der Horst mit Fakten, schau lieber weiter RTL, da du zum Thema nix zu sagen hast und versuchst mir persönlich zu werden, bestätigt sie mich nur. Danke. Ja, Grüße, General, vielen lieben Dank nochmal. Dann haben wir hier, das sieht man, krieg ich gar nicht so ganz rein, warte mal, ein bisschen größer. Der John Smith, zu den Entladeraden von Niez im Eisnerrat betreibe ich in meiner Hobbywerkstatt seit knapp 10 Jahren zwei 24 Volt Furcht und per Blöcke zu Testzwecken. Diese bereits älteren Niveauzellen wurden damals mit 1300 Zyklen bei 0,3c beworben. Die beiden Blöcke haben bis heute ca. 2700 Vollzüge, dabei wird einer der Blöcke mit 0,3c geladen, entladen und der andere mit 0,6c. Ein im Mai diesen Jahres durchgefühlter Kapazitätstest ergab bei dem Block mit 0,3c-Rate noch 72,8%. Okay. Der Block mit 0,6c-Rate lag hingegen bei 74%. Aha. Dieser stark belastete Block weist auch eine höhere Selbstentladung auf, als der Block mit 0,3c-Rate Das ist interessant. Das ist ein cooler Kommentar hier. Sehr interessant. In meiner großen Insel PV betreibe ich 15 Lithium-Eisenverfahrt-Blöcke parallel mit je 280 Amperstunden, 210 kW-Stunden bei 48 Welt-System und habe dort C-Raten von 0,002 das ist top und bis 0 also bleibst du drüber auf jeden Fall. Bin zuversichtlich, dass die in 10 Jahren plus noch 90% ihrer Kapazität haben. Also das ist auf jeden Fall schon mal mega geil. Warte mal, hast du da Machst du da auch Videos zu? Oh nein. Leider gehen die Videos. Aber vielleicht kommen ja mal noch Videos. Abo ist raus, Digga. Guck mal, hier ist doch schön irgendwas gebaut. Labornetze. Mach mal Videos, Digga, hier. Vor drei Monaten Bamberg. Aha. Tim Lindemann. Ey, aber mach mal Videos hier. Schreck das doch mal den Leuten. Daten. Das wäre cool, Digga. Würde ich gut finden. Würde ich mal angucken. Hast du ein Abo, ist schon raus, ja. So, ähm. Ja, also hier seht ihr es mal vom John Smith, der es über 10 Jahre jetzt getestet hat, dass 74% bei 0,6. Wenn ihr bei irgendeinem Lieblings-Youtubern mit 1C, da seid ihr dann wahrscheinlich bei 60% oder so. Oder noch schlimmer. Ich weiß es nicht. Also, finde ich gut. Bestätigt. Grunde genommen, was ich sage. Die Stapler-Batterien unserer zwei Stapler auf Arbeit sind 24 und 27 Jahre alt. What? Und haben erst mit der Service bekommen. Da hast du immerhin keine Probleme. Okay, da müssen wir auch aufpassen, ob die nicht schon mal Zählen gewechselt haben, Digga. Ich glaube, die wechseln dann einfach die Zählen, wenn die Schrott sind. Ob sich Holz und da verfügen, Lithium, Zählen mir auch so kompetiv, glaube ich nicht. Das muss man. Das hat damit glaube nicht mehr zu tun. Bei der dazulgenden Entwicklung und dem Drang, warum wir jetzt ein Bildausfall, keine Ahnung, das Menschen neue Technologien zu besitzen, zu müssen, glaube ich aber nicht, dass in zehn Jahren nach einer Großbranche über Lithium sprechen wird. Genau. Dafür ist die Videoreihe jetzt schon um die Leute, ich meine, du hast dich jetzt an die Datenblätter gehalten, dann erreichst du ja auch das, was du erreichen würdest. Aber wenn du dann eben siehst, selber schreibst, Staplerzelle mit 27 Jahren und die ist noch okay, keine Probleme mit der Techniker und ihr Fahrt mit der Kiste. Ich bezweifle auch, dass du das mit Lithium mehr erreichen wirst. Außer mit LTO, falls du da noch nicht fit drin bist, wenn du jetzt eh hier saß, gut, 90 Prozent, das geht ja mal noch, bei deiner Anlage, da brauchst du jetzt noch nichts Neues. Aber überleg dir mal, schau dir mal die LTO an, Digga, vielleicht kannst du die mit deiner Anlage einen kleinen LTO noch kombinieren oder so, um da noch wesentlich länger Freude mit dran zu haben und auch deine C-Raten zu steigern, weil den LTO kannst du ja CNC machen. Vielen, vielen Dank, das kommt auf jeden Fall in Teil 6, hiermit geschehen. 74 Spenden, 0,7 des Herdes ist die 50 Jahre alte Bleibung, da habe ich den Kontakt verloren oder Werbesitzer ist gestorben, 24er Starbler ist schon krass, danke für die Info. Ja, vielen lieben Dank nochmal. Das ist top. So, dann haben wir nochmal den FL Dutch. Habe ich nicht geliked, okay. Ich hatte eine Zeit lang immer auch glaube ich krank zwischendurch, hätte ich nicht alles geliked und so. Wenn man sich intensiv mit Lithium, Eisnussfad und der Chemie dahinter beschäftigt hat, im Westen nichts Neues, filmt sie das nur offensiv. Aber ja, viele Nutzer verkennen das und verwundern sich dann, dass die Akkus schneller, schwächer werden, als sie aber... Ja gut, das liegt aber an diesen USB-autarken YouTubern, Digga. Die, das ist ja der Ursprung dieser falschen, ja ich sag jetzt mal Propaganda. Da kommt das ja her. In den Datenbärdern steht da Müll nicht drin. Die sind halt zu blöde Datenbärder zu lesen. Die Leute, ne. Man muss immer so schauen. Wo ist der maximale Optimalbereich? Also meist 0,4 C in der Angabe und was geht maximal an Ladeendlade zu strömen? Genau, und einfach ins Datenblatt gucken. Ganz einfach. Das ist ja bei jedem Akku, das spielt ja keine Rolle, ob jetzt Blei, Nickelcard, er muss ja immer und du kannst, wenn du drüber gehst, ist es halt scheiße. Wenn ich zum Beispiel wie immer zu fix lade, wird es schwierig für die Leads und sich entsprechend schnell anzulagern. Gerade wenn der Akku voller wird. Bei E-Autos wird dann ja der Ladestrom auch reduziert. Bei SUC 8%. Die neuen Zellen von BYD sollen ja angeblich entsprechende Strukturen haben, die es erleichtern. Warte mal, ist das jetzt meins du, ist das die Tesla-Dinger? Warte mal, das war zwei Monate. Naja, die Tesla-Dinger sind schon ein paar Jahre. Meinst du die oder gibt es schon wieder was Neues? Keine Ahnung. Interessiert mich schon nicht. LTO-Jungs. Scheiße, die Müll. So ein Erleichterung, wo sie dann auch 4C unproblemlich geladen werden kann. Sind aber gratis, kurz vom Rad in den Markt. Denke, 14 wird auch nur im Bereich 20 bis 70% möglich sein. Aber dazu gibt es noch keine Infos. Ja, okay. Da kann man einfach nur sagen, Hashtag LTO da hast 10C. Na also, das, was hier als neue Entwicklung, wir können das Müll haben, Digger. 4C, was ist denn für Müll? LTO macht 10C. So, dann haben wir hier Aufgrund Markus Röns. Unser Verstand ist programmierbar. Wenn du es nicht tust, macht es jemand anderes. Übrigens ist der Einspeiser am Anfang Framing. Einspeiser? Einspeiser? Ja, keine Ahnung. Oha! Grüße, mein guter Arm. Ich glaube, du bist ja was für mehrfach gegrüßt im Video. So. Haar, köstlich. Google wirft einem wirklich schon viel Dünnsches entgegen, wenn man was in die Suche eingibt. Achtnis, das war hier diese absolut kranken Angaben. Speedy. 3000 Zyklen bei 15 DOD, weil du Play auch nur zu 50 und laden solltest. Wenn du machst, wie alle machen, das, was alles im Internet steht, ja, hast du recht. Wenn du machst, so wie ich dir sage, dann kannst du von 100 auf 0 auf 100 und 100 und das spielt keine Rolle. Da, wo du sagst, dass die meisten Lieferdinger gar nicht so weit gehen im Diagramm, das ist bei 10%. die 15 jahre der Elarix beziehen sich auf die durchschnittliche kalenderische Alterung steht auch so im Datenblatt. Da spielt die Nutzung keine Rolle. Nach 15 Jahren sind die einfach so sehr gealtert, dass sie quasi EUL EUL end auf live sind. aber da hast ja oben drüber spiel die hast ein John Jahr der sagt 27 Jahre bleib oder die dicken das ist halt meine Rede aus schreibt man schon ein bisschen das spielt die Nutzung das ist hier keine Rolle spielt es bei den AGM egal was er macht egal wie regeneriert oder was die sind gebaut um kaputt zu gehen zu den 3007 schreiben sie 0,3 C 1 C bla bla bisschen komisch 0,1 C 1 C zu schreiben weil es ja dann eben eine Rolle spielt oder 1 sie da musst es doch schon merken man hätte nur 0,3 C schreiben sondern denn nur so wird ein Schuh draus genau das bemängel ich ja auch genau das bemängel ich auch hast du jetzt auch alles andere ist verarscherei genau meine Rede da haben wir noch Speedy ist jetzt on point also nichts anderes würde ich erwarten für die LRX ja gut so steht auch im datenblatt das wahrscheinlich will mehr oder weniger produktion sind und einer hat zu kälter bei himmel also das wird auch ein bisschen abweichen die drei sind ja auch nur hausnummern irgendwo ok hausnummer das wird bei dem anderen andere scheiß kabel und blablabla ist das aber alles gute life bevor und zu zähle winsten zählen und werden sicher 6000 zyklen schaffen wenn du immer mobiles sonst entlegen tust und auch nicht immer randvoll knall zu vollladen wenn die gute zähne ist und natürlich beim laden und meine methode hier maximal datenblatt ist ja nicht eine methode das ist datenblatt sachen weil das die verblödeten einige youtuber die dann sagen jetzt zum glück eher auf einer linie sieht mal das vielleicht bringt die die video reihe doch was zumindest mal in der verständigung zwischen mir und dir wenn du auch immer ein c reihe raus dann bist du in züge dem vorher am ende meine rede darum geht es mehr das ist darum geht es hast du also ich denke das ist ja wenn du die richtigen datenblatter für vincent zählen so es muss direkt auf winzen seit 15 aus oder bei lithium die sehr gut du warst auch schon mal ich für meinen teil glaube die 5000 zyklen unter den voraussetzungen genau hau den müll weg alter kurv lithium titanat oxid lto da hast du 10cb und endladen bis minus 50 grad kannst den ganzen müll ja alles egal da brauchst du nicht mehr ich habe ich habe spartensalber gesagt speedy bei dem lto den baust du einmal natürlich mit dem selber gebauten balancer nicht mit dem rotz den sie kurven kriegst ein eigenes bms system und da kannst das ding einmauern ohne geplante obsoleszenz ohne diesen ganzen müll da hast du 50 100 jahre ruhe so dann haben wir den anderen holmüller grüße ihn raus bin gerade in der live bevor szene unterwegs mein beileid also wundert dich nicht über seltsame kommentare woanders von mir ich versuche feldforschung zu betreiben recht stümmerhaft ich glaube ich hatte einen kommentar von dir mal okay das gleiche gilt für mich nach der lieferzuschung werde ich mir mal ein paar schwarze schafe raus das wäre ich glücklich lassen weil das bringt eh nichts das wird dann auch meistens so verstanden dass ich die leute angreifen will oder so will ich ja gar nicht und da hat einer auch geschrieben bei den podcast mit Calvin hier dass er das ziemlich gut fand und ich hab dann auch drüber nachgedacht Jungs und ich dachte mir warum soll wir eigentlich auf die scheiße eingehen wir haben es ja nicht so oft gemacht und so sind viele videos online dass wir jetzt einfach vielleicht mal sagen erklären es nochmal drei vier mann zusammen richtig einfach nicht mehr auf die scheiße eingehen und sagen hey pass auf jungs so ist es genau das könnte ich ja mit den lto mal machen dass ihr da mal eine komplette übersicht habt weil ich habe das in der video reihe habe ich die lto bewusst weggelassen weil ich auch mal gucken weil jemand schreibt hey was ist mit lto oder so ich habe es bei 4 oder 5 erwähnt aber nur so am rande ist aber aufgefallen dass die lto heute irgendwie überhaupt nicht verstehen das ist so krasse spätestens wenn ich frage welchen lto balancer für zwei weil play verwenden könnte wollen die nicht mehr mit mir reden ich überlege noch an einer ponte zeichnen das nbn war schneller in dem fall astra hat uns bzw dem nbn den nbn oder astra industries oder technics den balancer gemacht der besser ist als alles was zu kurven gibt einfacher ist selber zu reparieren ist keine geplante obsoleszenz nix und spott billig weil ebenso einfach und viel genauer 100 prozent akkurat ja der ist auch schon verbaut in mehreren dingern ich sage jetzt mal als test und wir müssten halt uns mal überlegen was wir jetzt dann damit machen ich hatte geplant da ist aber was dazwischen gekommen sage ich mal ich will nicht drauf eingehen deiner hat es ja mitgekriegt ja dass ich vielleicht doch irgendwie eine kleinserie mache gerade diese balancer weil da sind wie du gerade eben schreibst du hättest auch in der dresse da ein bisschen nicht der ähnliche und viele haben es noch nicht verstanden dass man das eben auch bei play machen kann oder nix hat mir im später keine oder dass ein paar kröten pass auf anderen bleib da mal gehen wir da mal auf den sack jetzt nicht jede woche und jeden Tag wir schreiben wegen dem müll aber so wir müssen da mal dran bleiben ich testen dass man jetzt nicht nur ja dass wir einfach noch eine meinung mehr haben oder erfahrungsbericht ja macht das mal melde ich mal dann haben wir noch den rocket ray 79 meiner erfahrung nach sind bei solcher batterien am günstigsten jedoch habe ich langsam den verdacht dass das was destillat gleiche entmalisierte wasser welches man wahrscheinlich nur fürs dampfbügeleisen benutzen sollen die lebensdorfen batterien stark reduziert lieber gleich destilliertes wasser kaufen warte mal was dass das destillat gleich ne ok wahrscheinlich alles absichtlich um die günstige lösung schlecht ja auf jeden fall destilliertes wasser oder du kannst das kommt jetzt drauf an was du mit destillat gleiche meinst wenn du osmose ding meinst dann geht das kannst du nehmen aber jetzt ist irgendein mineral filter oder so im wasser kocher das kannst du vergessen das ist hukus pukus das ist klar mit diesem bleisäure batterien am günstigsten das ist schwierig wenn man sagt du hast einen stapler akku und kriegst das wie oben schon geschrieben hat irgendwie hin das ding 25 in betrieb zu halten und dann kommt der techniker nach 25 jahren sagt das ding ist noch in ordnung dann ist der fall dass wir uns streiten mit lto und play das ist schwierig aber viele zuschauer haben geschrieben du kannst hier auffüllen du hast remf du hast eigene ladegeräte du hast eigene balancer du hast klar irgendwo das kann nicht jeder dann kauft deswegen sage ich irgendwo der lto für mich ich bin auch bei play ich habe es ja selber reden kann es auch über die lithium geschichten teilweise lustig so der predator ist hier wieder auf den industrie einsatz gemünzt hier geben sie absichtlich keine zyklen das könnte denen ja angekreidet werden fünf jahre mal 300 zyklen arbeitstage sind eben auch 1500 wie angegeben passt ja im grunde von der haltbarkeit natürlich ist wieder in den köpfen der allgemeine nach der zahl x ist tot aber ist es eben nicht vor allem wie in deinem fall ist die belastung zu hause ja eh geringer und da stört es keinen wenn 7,2 9 05 am ende rauskommen sie geht ja trotzdem noch hoffentlich ohne probleme erreichen ende 5 oder mehr was schon wieder wie kommt denn hier auf den mist warum guckt denn ihr meine videos ich habe ein 3 kW akku und ziehe 3,3 kW aus einem zwölf jahre alten aufgekloppten im dreck gemachten bleiakku und du schreibst ja kannst wenn der 3 kW 7 kW 3 kW raus wenn das vorteil ich kriege mehr raus als was drum steht aber beziehungsweise sogar nennleistung es ist ja nicht wenn wenn die die 3 da kannst ja 3,3 quetscht rausziehen also ich bin auf nennleistung neuwert und du schreibst jetzt wieder ja hast du nur die hälfte nee habe ich nicht 3000 zyklen bei 50 und hier hast du auch schön ist er bei richtiger und zu glauben liegt auch einfach der hund begraben ja rmf dc ladegerät oder die laderegler und der ganze müll du kriegst die batterie so gesehen nicht richtig voll du musst selber alt mal testen aber du kannst maximal 100 ampere 1c nutzen solange du die zelle unter 50 grad weil sonst durch überhitzung schäden entstehen oder wenn man lithium nimmt dann irgendwann in der themale runaway kommt bleibt auch warm aber kennen ja besser auch noch keinen wo sie wirklich heiß ja gut halt warm werden die schon der warte mal ganz kurz da ging es um die zu meisern ok ja ja also da ist recht dicker das in dem privaten gebrauch wenn ihr riesen akku saß mit über 10 kW oder 15 20 kW irgendwie so spaß so spaß die kristin der heme also viele leute schreiben immer muss doch mal darauf achten ich finde das ziemlich krank ja und da muss ich 5 und 10 kW und 30 kW ich kann auch noch mal betonen unsere stromleitungen hier im haus eure auch in den leitungen hier die kind 3 kW ihr habt drei phasen maximal 9 kW aber jetzt wirklich die 9 kW auch täglich immer nutzen müsst und das braucht das ist eure entscheidung das geht mich nicht an ich bin auf lichtstrom 1 kW 3 kW und in zukunft oder wie auch schon in vergangenheit gewesen plane ich auch davon wegzugehen weil das auch schmach sind ist das ist 23 volt AC dazu kommt aber auch noch ein Video wo wo es euch glaube ich noch mal richtig einen Hut wegzaubert ja vielen lieben Dank sonst findest du das Video gut ja na also ich denke eher Bruder noch mal zu dem zu der Aussage hier die Stapler Akkus sind halt Schrott gemünzt ne so dann haben wir einen Thomas ja und manchmal wird auch nicht die Entladung eines 12-Vertiefungs-Akkus angegeben man findet selten sowas und wenn es angegeben ist 13,8% das ist sehr komisch na gut also mir ist das auch aufgefallen in den dort wo ihr die kaufen könnt die Akkus ist meistens steht das gar nicht drin ihr müsst dann echt auf den Hersteller und genau die Bezeichnung googeln und dann kriegt ihr das richtige Datenblatt die das sind so Mal Ausmalblätter für jetzt bin ich spaß die meister das ironische Albu benötigt keine Erhaltungsladung seine alterung hängt kaum vom Ladezustand ab außer erst erst mal gestiegen werden ich selber gehe nur bis 3,4 zu 3,4 dann brauchst du auch viel Zeit oder eine verdammt große Kapazität da haben wir es wieder die große Kapazität dann schreibt das dann wieder du hast doch ach so schon kommentiert danke für den kommentiert ja die alterung oh speedy die alterung hängt auch vom Ladezustand ab Glitz mag es nicht lange voll rumzustehen deshalb am besten das System so auslegen dass der Akku erst zu Zeiten voll wird wo man ihn auch gleich wieder entladen wird ok den halben Tag voll rumstehen lassen ist nicht förderlich für die Lebensdauer ok warum man viel Zeitkapazität brauchen soll wenn man nur in dem Bereich bis Lade-Schluss-Spannung lebt verstehe ich aber nicht hm aber das ist ja interessant also bei Blei ist das auch noch rum Jungs oder speedy also Blei musst du voll geladen stehen lassen das sind Sulfat-Dirti hm ne weil die wenn der prozentuale Anteil von der Säure weniger wird dann fällt das Sulfat aus deswegen darfst du die nicht leer stehen lassen also da hast du also bei einer Blei-Boterie wenn du die leer stehen lässt also extreme Alterung ich meine das kannst du auch wieder rückgängig machen bis zum gewissen Teil wenn die natürlich komplett scheiße ist und dann feierabend aber das ist interessant das ist genau andersrum hm ok ja stimmt jetzt wo du das schreibst wo ich das nochmal lese ich habe die Köln das hat schlimm ich konnte wie gesagt ich war eben zwei Wochen mal krank zwischendurch das stimmt bei Lithium-Ionen ja auch die schreiben ja auch die Sülze nicht ganz entladen liegen lassen aber auch nicht voll gerammelt gut mal gucken du kannst mal nach einer Dissertation von der Universität Süßburg Essen zur D-Generation von Live-Boforgugel wenn du dich für das Thema interessiert ich glaube das hattest du mir doch warst du das der mir das geschickt hatte war das von der Uni das war da hatte ich aber da wollte ich gar nicht drauf eingehen ich weiß nicht ob das jetzt ist was du schreibst stimmt für Lithium-Ionen und Poly in der Praxis Live-Boforg eher in der Theorie ein Live-Boforg ist recht gemütig Long-Low die ihn nicht überlädst oder überlastet selbst ein entladen auf 0,02 hat kaum nennenswarte Einflüsse und Leute die sowas bescheuertes testen schätzen die Dignation in dem Fall gerade mal auf 10 Zyklen bei 3,42 hat ein Lithium-Ionen-Ionen-Sort etwa 90% Ladezustand durch die niedrige Spannung wird es durch den Innenwiderstand der Zelle ewig dauern bis sie wirklich voll sind brauchst du doch diese Spannung damit deine Zellen überhaupt messbar auseinanderdriften und dein Balancer arbeiten kann keine Angst du kannst dein Akku ruhig monatlich rumstehen lassen wenn wir über Lithium-Ionen-Altersdignationen sprechen so fühlt sich dieser bei 50% am Wulsten na das hatte ich ja gerade so ungefähr beziehungsweise bei ca. 30% wenn du ihn nimmst ah das habe ich auch mit dem TÜV gefragt das sagen sie auch bei den Laptop-Aggus interessant na gut wenn du höhere Ströme ziehst dann lieber 80% und bisschen Temperatur aber schreibt doch ins Telegram können wir gerne mal diskutieren ihr könnt euch auch gerne hier diskutieren deswegen mache ich jetzt so das Antwort Video das halt immer schon zwei Monate her ne wie die und dann hier noch alle anderen ja nicht alle haben Telegram nicht alle wollen Telegram wir haben uns ja hier irgendwo es wäre auch schon cool wenn ihr euch hier und halt mir ist egal aber ich kann halt nicht jetzt mache ich ja das Video damit jeder die Kommentare auch mal sieht und dass man weiß was los ist im Rüberbuch das kann ich jetzt immer machen das ist jetzt hier Ausnahme mache ich noch nie wieder ich habe es versprochen ich mache es aber machen noch nicht so schlecht gut machen wir weiter und nein einfach doch Martin ich hatte ja geschrieben relative maximale Haltbarkeit bei 0,5 C bei 0,8 wird die Chemie gestresst bei 1 C wird der Lithium Akku die 2 C wird kaum die 3000 Zyklen erreichen yeah danke meine Rede darum geht es so ein bisschen ist schon besser der hat aber Empfindlichkeiten ja ne gut ich sehe das Problem verschiedener Aspekte Beispiel Vorteil einer AGM oder einer Gelzelle ist dass sie praktisch nicht auslaufen kann das ist richtig genau okay das cool diese Zelle ist sicherer als eine alte Nasszelle im Motorrad des AGM super wenn der Block mal umkippt dann läuft der Akku nicht schnell aus genau das Ausgas an der AGM kann man besser kontrollieren etc danach kann man nicht vollladen das können sich an der Platte stellen eine höhere Belastung ergeben die AGM wird niemals zu alt werden wie die klassische genau das haben wir ja auch praktisch festgestellt erstmal Prost auf dich es Voraussetzung es wäre also möglich eine ewig halbbare Bleizelle zu bauen der einzige Verschleiß ist Wasser und Säure nicht ganz richtig beide Elektronen bestehen aus dem gleichen Material und das verschleißt der Verschleiß allem was zum Defekt einer Zelle führt kann entgegengewirkt werden Abstand zum Schlammler genau das geht bei Lithium nicht die Elektronen bestehen aus unterschiedlichen Materialen der Kapselaufbau ist zwingend selbst wenn man will kann man im Sinne nicht zu erfolgen dass sie ewig halten wird ja komm bei LTO sind wir schon also jetzt mein Strom also wir hatten es mal grob durchgerechnet da bist du bei 28 beziehungsweise 100 jahren zum LTO muss natürlich alles richtig berechnen und alles richtig machen aber ich denke das haut auch hin oder wenn man ein Speicher sucht ok ich gehe jetzt noch mal kurz auf oben das ein er hat schon recht also du hast glaube ich drei prozent ich müsste jetzt lügen können wir selber auch mal recherchieren eben bis drei prozent fällt Blei lagert sich halt unten ab oder fällt nach unten ab bei dem chemischen Vorgang also eine Bleibatterie kann niemals hundert prozent in ihrem eigenen System ewig halten das geht nicht wenn müsste man sie aufmachen den müsst ihr unten rausholen das wieder zu Blei schmelzenden Teil und das andere zu Oxid wieder an die Platten ran und wie ich denke dass es eher so gedacht ist deswegen kannst du die Stablerzellen aufmachen dass du die rausholst haust den Müll raus machst wieder rein neue Flüssigkeiten durch den remf oder den ihrer Ladebevorm was die haben nur die Oberfläche der Platten dann wieder von größern und da die so dick sind kannst du das also gefühlt ich weiß es ja nicht aber das kannst du bestimmt zwei dreimal machen wo eben in der Ocke geschrieben hatte das ist ja gar nicht der Zellen tot das wird so gedacht aber wenn ein Schlamm raus geht ja wieder du musst dann bloß eben mit Strom die Oberfläche wieder aufknacken groß machen und so kleine Löcher und so rein dass du wieder auf die die Oberfläche kommt die Oberfläche ist die Kapazität wenn man einen Speiser sucht legt man vorher Parameter fest je nachdem wie man es dann haben möchte oder es dem Kunden verkauft wird kann sich eine Lithiumzelle gegen Bleib durchsetzen je nachdem wie es verkauft wird genau ansonsten LTO die Wahrheit ist LTO wobei ich eben ursache wenn die jetzt ladegeräte bei mir kaufst oder bei GMF Bauern sag ich mal dann kannst du auch bleiben musst doch ein paar Videos von uns angucken und dann okay Blei aber Lithium im stationären LTO dann okay ist ja Lithium ich selber würde auch lieber einen Bleispalter haben wollen es gibt jedoch keine Zelle die mir gefallen deswegen habe ich die Nachteile liegen hier auf der Hand es wird so wie ich ihn betreibe etwa acht Jahre vielleicht zehn Jahre halten die Nachteile sind immens bei 0 Grad kann ich der Zelle nur 0,8 bei 0 ok ok da kannst du nur 0 insel nehmen bleib hier deutlich besser erhält nur acht jahre lieb und die vorteil billig sie ist kleiner und leicht aber billig ist teurer aber das war ja noch vor dem video kosten gut aber guckt euch die ganze reihe ich hoffe ihr habt euch die ganze reihe angeguckt dann wisst er jetzt dass er konnte das ja noch nicht wissen dass ich dann ausgerechnet habe das kleine hälfte und schon ganz normal und schon kurz schließen oder so 24 jahre 7 also ich habe gesagt in der verstorben aber auch nicht mehr Kontakt habe der hat bleibt 50 in dem verein mit mehr zeugen gut wer will wer will eine ewige bleizelle doch die künste ja die weltkünstlichen aber im grünen du machst die staplerzellen da hast du das schon dann die noch mal geantwortet das thema ist ein bisschen kompliziert und hat damit zu tun dass wir normales gerade a zellen verkauft bekommen die in wirklichkeit ausschüssen und ja der ausschuss solltest du besser nur 0 c laden du kannst einfach schauen wie stark die spannung bei last einbrüche um einzuschätzen wie gut belastbar deine zelle ist oder oder belastung über zeit messen wenn sie sich mit der zeit nicht ausdehnen dann scheinst du sie nicht zu überlasten kannst du mal dieses video schauen keine angst dein akku hält mehr als zehn jahre fahren noch genug zehn jahre alte tesla rum mit viel empfindlicheren batterien und heftig viel mehr stress 3 zählen oder so scherzen gehen da nicht mal die akkus defekt sondern einzelne konjektoren ja gut das hat mal in dem video von dem den tesla hat und dann geschrieben hat ja hier und das acht jahre alt und tipptopp die bude in 300 zyklen da hält mein blei akku 1000 jahre so ein dünn schiss eine bleibatterie hat auch nachteile zum beispiel eine höhere selbst ladung und ja du kannst diese verdung ein paar mal mit remf irgendwann könnte es aber auch hier zum plattenschluss der hauptverteil dass du einschmerzen kannst und dieser keine funktionieren kann der scherpfehler dürft ihr behalten korrigiere ich jetzt nicht habe ich alle hoffentlich überlesen ja kann man nur so sagen kann ich nur zustimmen da jens ein herzchen gibt es ein herzchen zu tun haste gtl der david hier toll und dann ja dann endet die verblütung marcus ganz einfach nein elf kommentar was ist ein zyklus von was zum beispiel die batterie und belade zum beispiel mit bv 150 auch in zwei bis vier stunden oder ist es sogar ein zyklus in die batterie von 12 auf 11 volt entladen wird danke für die antworten die dann wahrscheinlich im antworten video erläutert wird und nein du musst du noch vorbein geben hat schon mal schon gesagt einmal leer und wieder voll der nützbaren kapazität richtig aber auch zweimal 50 sind einzigen oder wenn man eben nur 10 und das zähl ist ja mal so wie war ich mal sagen wir machen wir machen es auch lieber die halbe und also immer die kwh an speicherbare energie anzugeben ist ja eigentlich echt kein hit ich meine gut bei dem akku müssen sie mindestens angeben bei den zyklen stellen sich alle irgendwie immer schwer an entweder gar keine angaben nur zyklen ohne testen oder sonst ja gut das haben wir jetzt schon ein bisschen erläutert zum beispiel wenn du jetzt eben den akku bei minus 20 graden bei akku immer benutzt und der andere hatten in der bude stehen aber den beheizten raum das sind natürlich schon abweichungen von diesen jenseits von gut und böse auf jeden fall das ist klar warum die das halt nicht angeben das habe ich ja auch schon gefragt auch bei dem gerade bei den stapler wo dann teilweise steht ja naja nach zehn jahren und dann macht den zehn jahren noch mal zehn oder was aber noch mal zehn und noch mal da irgendwann schluss sind aber gut es geht im kwh als transfer was transfer energie also 3 kw akku mit 3000 zyklen entsprechend eben 9000 kilowatt stunden wahrscheinlich sind die konsumenten einfach zu tun das zu verstehen wenn du auf einen 3 kw akku dann 9000 w schreibst viele verwechseln so kbk kbh mainz und kb so du meinst dass die das ach so ja gut ist das steht glaube ich nirgendwo habe ich jetzt aber das ist eine gute idee martin das war eigentlich sind dann zweimal halb tot schlagen einmal tutsch die entnehmbare kwh haben wir bis sich richten sich nach belastung c-rad laden sowie temperatur bei bleifleicht noch einbauort wie fix oder in einem warzeug sowie den ladehub daher macht die außer null sind mit glänzer wagen wenn man ein richtiges datenblatt von zellen raus sucht das hat frank bisher leider nicht kommt es immer auf die einfluss faktoren an zu viele zyklen zumindest kenne ich zum einfachen gibt es mehrere grafische kurven die meine oben genannten um einbeziehen wenn ich schon die frage lesen und was ein zyklus ist dann sollte man nicht vorgenommen wie ein schloss und bei fuß stehen und nach blabbern da hat er markus da gehe ich jetzt mal aus höflichkeit nicht drauf ein bleiakkus die als stadtabriere ausgelegt sind eignen sich überhaupt nicht für zyklenbetrieb ich verstehe nicht warum nur auf die klassische autoballerei stadtabriere verwiesen wird wenn es ein player ist ja weil die leute halt einfach dumm sind ja oder sei einfach nicht wissen viele wissen es auch nicht dekker also dieses ich sage immer dass leute dumm sind da da meine ich jetzt nicht den da da jetzt gerade für aufsteht und sich denken menschen aus vielleicht eine gute sache oder pv und schuld mit seinem akku und mache hier los und ziehe die leute meine ich nicht ich meine die verrotzten youtuber die nur scheiße erzählen die zu dürfen den scheiß datenblatt zu lesen beziehungsweise zu verstehen was da drin steht das ist ja das problem relativ simpel stadtabriere sind eben die player ist jeder kennt und jeder baumarkt oder respost genau jemand der gerade neu in den du ja genau gehen wir einfach mal aus der kauf einfach das günstige und genau so habe ich so gemacht damals wo ich noch in der bastelbude unten war genau dasselbe dass es unterschiedliche play akku typen gibt das kommt einer dann gar nicht in den sinn exakt ich muss dazu sagen ich wüsste jetzt nicht wo ich in einem player der keine schufe also hier lokal allerdings lösen union kann ich auch nicht lokal gut halt ebay und sagen mehr antworten okay jetzt am schluss also die wenn du jetzt die stapler zählen meins tatsächlich habe ich mal geguckt ich wurde ja auf dem dorf also in meinem dorf gibt es auch den händler aber ich würde sagen in jeder naja ich will nicht wie man jetzt das großstadt oder kleinstadt wie man das alles auch mal so in einer stadt mit 500.000 einwohnern hast du ja keine ahnung ich wisse so nicht wie die betriebe lesen also dass das findest du ich habe zum beispiel bei mir hier ein gera ein händler gefunden der genau meine zellen hat die zwölf jahre also kriegst du noch neu die zählen das sind wirklich englische zählen schon in england versuchte zu kriegen aber die engländer war ja mal als 45 und so davor und die haben da kein bock auf uns deutsche da haben sie kein platt vom mund genommen also das ist mir rotzfisch gesagt die wechsel also du kriegst sie aber trotzdem halt überteuert weil die wollen ja alle kohle verdienen und ja also kriegst du hebebühnen wartungscenter oder stapler regenerations firmen da kannst du mal anfragen die eben in deiner firma kommen den stapler akku machen die haben auf jeden fall die bezugsquellen beziehungsweise dann die händler die sowas haben weil du brauchst dann auch mal räder für das ding die verschleißen ja auch für den hub waren jetzt zum beispiel blablabla und ebay abgesehen verkauft zum konrad zyklen fest zu bleiben größer bau und typisch ja ja gibt es so viele neue zeiten lokalos konrad hat nur noch stores für geschäftskunden und sonst rein online auch mal außerhalb des internet hier im umgessen zu kümmern wo zieküste gibt es keine möglichkeit ein blablabla zu bekommen da keine stoppen hier ist schon da antwort ich ins leben da haben wir teil 2 abgearbeitet wieder eine dreiviertel stunde also wie es aussieht wird jedes mal eine dreiviertel stunde wieder drei uhr sind schon weniger kommentare das glückes werden aus weniger 16 uhr und zwar nicht nur gut okay wir machen es jetzt wieder so ich mache ein kleines bäustchen und dann hören wir uns gleich später teil 3 weiter geht's was haben wir denn hier alu karda achtung geht leider nicht auf fragen oder kritik ein und akzeptiert keine andere meinung stellt den unterschied zwischen batterien absichtlich positive bleibatterien da und negativ verletzungen genau 180 grad verdreht 6 wird wohl ein zwölf stunden glückwünsch du hast es mit einem sachlichen kommentar wie alle in teil 6 geschafft sag mal tut dir das gehirn weh beim denken auch keine sorge wahrscheinlich hast du wesentlich mehr kopf schon hat zum bin schon gespannt auf der 6 wie lange er wohl bei der lange wortezeit stehe ich absichtlich falsch da also genau das was ich sage 180 grad verdreht gehen nicht auf kritik und fragen nein wo ich in jedem video am ende sag dass ich ja dieses video jetzt hier machen und auf alles eingehen junge wir haben ein bisschen wieder was größeres testlabor hallo frank schönes video aber ganz viele fehler du weißt dass ich auch mir alles genau anschaue und durchlese in dem video allerdings lief so einiges falsch die die zum vorzelle die wieder angeschaut ist extrem überteuert denn du bekommst eine fertige zählte wm es wäre so zu 20 euro ist immer noch überste bilder ich weiß nicht ob das in dem video jetzt kosten und dinge schon drin aber ich glaube das ist das video oder ich will es jetzt kommt dann hast du am anfang eine teure zyklen fessel mit einem ausgewählten billigen stadt aber diese billige auch weiterhin für deine berechnungen verwendet das war eine agm das war doch keine billige also das war keine baumarktbatterie oder stadt aber der wiener als nächstes hast du dann blatt angeben werde der diese gleich zweimal halbiert angegeben bei 1c nein hast du nicht richtig zugehört die angegeben laut recherchen 3000 zyklen bei 0,5c bei 1c erst vielleicht noch 1000 diese hast du ausschließlich nach deiner meinung nach unten korrigiert das keine meinung steht im datenblatt komisch denn bei bleiben machst du das nicht ja weil das problem bei bleibatterien der kind in ck ja du dein problem ist vergleich bei batterien mit 1c mit lice und das geht natürlich nicht hat aber damit halt auch nichts zu tun du hast die 3000 zyklen halbiert und im gleichen zug auch die belastung wäre es nicht realistisch gewesen die zyklen zu verdoppeln wenn die belastung halbiert wird dann wäre es doch ein recherchen was ist denn los die 3000 zyklen hast du nur bei 0,5 die 1c das ist maximum was die dinger leisten können nicht was die irgendwie liefern und haltbar sind hat er dort schon hast ja jetzt vielleicht in dem video gesehen schon da auch geschrieben dass es extrem ist ja irgendwie verstehst du das ja nicht die von dir ausgebilden ist defekte eine nicht zyklen feste bleiben welche nicht für den bv geeignet sind in ein paar wochen monaten nur noch als werkstoff die das ist wieder in c problem wird eben eine bleibatterie mit enc belastet und nach zwei wochen ist dann kaputt und sagen bleib ist scheiße da irgendwie hast du die reihe weiß ich nicht kommt es nicht so rüber oder was aber es haben ja einige verstanden also es liegt ja nicht an mir sein wort da musst du mal noch mal genauer zuhören der umschwung auf deine startbatterie ist vom verkauf her etwas verwischt dadurch dann nur noch darauf bezogen was weil das vorher abgehackt war die daten stehen doch fest der reihe nach die akku typen ein faktisches für eine bevor in einem lieferung von wirkungsgrad sinken für sich und preis die besser waren ein keins deiner punkte trifft zu aber das hat wieder wirkungsgrad wird hier mit lade wirkungsgrad verwechselt steht klipp und klar da ihr müsst halt nicht lesen wenn du dann hier lade dinge ist noch hingewiesen dann hätte ich ja gesagt okay das stimmt muss halt ein remf nehmen dann hast du es ja nicht willst du ja auch aber irgendwie willst du es auch nicht wahrhaben na ja leider hast du bis heute nicht selbst ein vergleich eingestellt der etwas leiden die verschiedenen anwendungsgebiete der unterschieden akkutechnologien die diesen nicht jetzt negativ sondern als konstitivität ich freue mich auf freude videos von dir also das ist wieder das argument wenn die gen heroin genommen hast kannst du nicht wissen dass auch ihnen nicht gut ist es gibt datenblätter du kannst mir gern mal eine 40 anbassungen minipo sponsern das da rufe ich heute auch noch dazu auf kann gerne mal einer sponsern ich habe blei und ldo habe ich ja schon da es fehlt halt der akku zum vergleichen ich auch das nicht ich mache ihr könnt ihr den akku dann wieder kriegen oder verschenken dann wahrscheinlich geht er kaputt bei dem test also das muss klar sein dann zeige ich dir wie falsch liegt es um es zu verstehen müsste die ganze reihe anschauen fragt doch lieber kall wenn ein startblatt nach zehn jahren wird wie viele er dann noch können versteht das berg aus zyklenangabe wie wir leben eine zyklenangabe wie bei litz im eisen das war dafür gibt es doch die regeneration von firmen gut kann sein dass die auch alle spinnen wie du von mir glaubst die realität wird dass die leute betteln werden weil die ironie ist bekommen auch nie zum eisenfahrt zum teil wieder flott mittlerweile auch die zu millionen ich habe es immer probiert es geht tatsächlich aber also ich rate davon ab voll nur coole dafür habe ich halte ganze reihe an wie 0,5 c ist nur beim entladen laden 0,3 die zellen habe ich genommen weil ein paar zuschauer die haben natürlich kannst du auch china knaller kaufen ist ist ja wohl bekannt war billig kauf kauf punkten was denn los mit dir sagt man nicht du hast den dreck gekauft wahrscheinlich und jetzt in den müll gekauft also bei 0,5 hast du die 3000 laut datenblatt ne und hoffentlich ist nicht wie beim vw skandal dass die angaben ein bisschen gepimpt sind ist natürlich bei lithium eisenfahrt nicht der fall da sind sie immer von grund auf ehrlich naja die leute werden es selber sehen wer das nicht versteht werden die datenblatt das ist interessant slati mt7 ex ich mag deine videos sehr aber deine rechnung ist leider komplett falsch selbst mit remf schaffst du die effizienz und preis leistung einer gescheiten selbstgebauten lieferung nicht im entferntesten da hast du recht weil ich es der hälfte kostet mit dem selben wirkungsgrad du beachtest nicht mal dass du den bleichern nur ca 50% entnehmen kannst und das spricht dann zu guter letzt so sind für alle die woher das halt auch wieder gut ich habe in den in den videos jetzt hier ja nicht gezeigt den entladetest von dem blei abo damals aber ja gut wenn man das nicht anguckt die die video reihe das ist doch nicht mein problem da bin ich auf 100 prozent gekommen und man kann doch umheulen wir wollten mit nennen leistung auf uns leid über nennleistung sogar wollen leute nicht machen ist nicht mein problem hast du eine quelle für deine aussage vor allem die 50 prozent den namen wo hast du den müll her ich habe mit dem remf 100 prozent lade gut lade wirkungsgrad die die drei prozent von dem blei abo die sind halt vorgegeben und nur vor allem fragt spielte mal mit es was etwas und geht dabei mal von etwas aus lass mich raten deine infos kommen von youtube die werbung über die zum eisensort machen also bezahlt von den herstellern und ich bastel seit über zehn jahren mit akkus rum ich bin nicht monetarisiert will doch nichts verkaufen nur erklär mir mal warum ich lüge und alle anderen die dich abziehen wollen sagen die wahrheit die realität ist dass 99 prozent der youtuber erstens mal ein prozent ahnung haben in summe die perfekten opfer sind die können nichts verstehen oder in zehn jahren in zehn jahren denken es ist so schlimm dass ich einige witze nicht mehr veröffentliche bleiben mit 100 prozent leidungswirkungsgrad die leute sind dumm wie zehn meter fällt mit club was du willst oder prüfe es selbst das ist eh immer das beste überprüft die die geschichten und dann kommt doch selber drauf so bin ich auch drauf gekommen das ist ja nicht dass du das irgendwo in dem buch lesen kannst noch nicht nur ein buch schreiben da stehe mich falsch ich kenne deine expertise und spreche sie nicht ab auch wenn man ein agm akku bei 11 zu voll ist ist dann nun mal erst zu 50 entladen weitere entladung ist dann wie du weißt nicht unbedingt förderlich mit normalen ladeverfahren jetzt aber ja hast recht lieb zum ende da kannst du bist zirka 15 laden und sie nimmt dabei so gut wie kein schaden ja aber dass du bei einem stadt noch zählen oder so die die sind sogar auch überlastet wenn du dir die datenblätter von den stunden also so hubwagen ameisen und so ist das wenn ihr da mal die datenblätter anguckt dann stellst du ziemlich schnell fest dass die 66 bis zu 100 prozent überlastet werden ja dann da brauchst du aber nicht rum wenn es 100 prozent überlastet ist dass dann irgendwie nach 15 jahren eben scheiße losgehen und ich kann meine tatsächlich wie du deine lizium eisenschutzfahrt von 0 bis 100 prozent ich habe das mittlerweile damals bei der agm gemacht das war da 6 kw 6, irgendwas kw stream aber live habe ich das euch gezeigt mit agm das auf null prozent und bei den stapler müsst jetzt liegen mindestens in zweimal ich glaube sogar dreimal haben wir da entladetest gemacht wo man auf die 3, irgendwas kw gekommen sind beziehungsweise ich habe ungefähr bei 2,8 oder was habe ich euch erklärt ausgemacht weil ich noch ein bisschen strom auch um ins bett zu gehen und so oder fürs internet und alles mal erst mal so eine differenzolle kannst du bist und sie nehmen keinen schaden okay du darfst auch nicht vergessen dass nicht jeder so eine bastel gute zu hause hat und die dinger mit remf frische die meisten nutzen sie normal im mvd und fertig und da geht deine rechnung nicht auf der ladewärtsgrad ist dazu im gegensatz und endladewärtsgrad unwichtiger ich habe keine kelle notiert aber es gibt hunderte von ausgiebigen rechnungen die belegen dass agm einfach nicht effektiv genug sind zum lefen vor auf lange sich ja weil wo es sind eure quellen immer wenn dagegen keine quellen meine quelle ist meine messungen was ich hier seit zehn jahren habe willst du mir auch nicht absprechen aber das problem ist halt egal du nimmst die zum eisenschutzfahrt akku 100 amper stunden ziehst da ein c raus dann nimmst du eine agm 100 amper stunden ziehst da ein c raus aus agm ist scheiße kommst du deine wertetabellen alles schön weißen kittel andere ich mache noch eine sondersendung habt ihr nicht dass eine ball batterie nicht in c liefern kann dass ihr die 300 prozent überlastet ich meine also das hat nicht mit expertise zu tun das ist doch das steht in jedem da brauchen warum das gut aber das ist einfach wesentlich da komme ich nicht mal mit und das stimmt nicht die verwahrung kommt von den unwissen stell dir mal vor du kannst zwei home trainer einer kann zwei kW und der andere 0,5 kW nun belastest du beide mit drei kW der erste wird es gerade so schaffen der andere bleibt stehen beide sind vom gleichen hersteller nur kleiner genau so ist es eine millionen mal passiert nur wegen dieser schlauheit gibt es überhaupt lizium eisenschutzfahrt das ist die batterie für genau die leute beim remf hast du recht auch mit dem mb und so weiter doch weißt du was das ist nicht mein problem alle haben auch die falsche pv modul auf falsch verschaltung falsche endnahme falsche ausrichtung falsche ladefragen und zwar das kann ich ja nicht ändern ich kann es nur empfehlen in der hoffnung dass einige auch vier prozent mehr haben wollen unser nbn pv lade gibt es bald ja das ist auch wieder fraglich da muss auch mal gucken wie wir jetzt weiter damit umgehen das vielleicht dann so macht dass ich eine gewisse stückzahl platinen machen lasst und dann irgendwie auf klein anzeigen oder so was da muss man das dann darüber machen auch noch immer verredet ist auch fertig dann könnte es jeder mal also das habt ihr ja gesehen im spielfilm und damals sehen shop für alle bv dagen noch versuch prozent mehr sei gespannt danke für deine rückmeldung ja das war dann so das große gesamte paket wenn wir noch halt so habt wie ich ja mit diesem ganzen die rems ja ein paar habe ich auf klein anzeigen bis jetzt keinerlei interesse nur schon seit monaten ja es sei ein bisschen schade aber gut mir ist egal ich kann es nur anbieten ihr habt kein interesse dran ich habe den platinen noch das ist dann aber auch der letzte Versuch wenn da auch wieder nix kommt dann brauche ich auch nicht irgendwo machen ganz einfach das wärmer dann sehen grüße ja die sache mit den lieben batterien ich bin nach wie vor für die bauarten nach jörg hempel der barriere ist ja enthalte ich mich lieber auch mal bei David Hashtag Akku bei den Staaten muss man doch für die Pflege nach dem Laden immer noch mit dessen im Wasserabend sind zum schädlich man doch die zählen wenn sie trocken werden wie sie das dann mit den Kosten für das Wasser als tatsächlich meine sind wie gesagt das waren ja ne Wurst kann also die habe ich habe ich jetzt gleich mal antworten kommt aufs Ladeverhalten beziehungsweise verfahren an ganz einfach gesagt wenn ihr den Akku wir sagen jetzt mal den Berge ungefähr immer bei 50 60 80 Prozent haltet wird dann niemals kochen und damit geht okay Wasser verloren ganz einfach ist ja das Wasser das ist ja unbezahlbar ne das ist ja also erstmal falsch laden die scheiße damit das Wasser raus macht und dann rumbohälen 88 Prozent Wasser unsere Planet oder ja ich glaube ne hier soweit ist es schon Leute denken wir drüber nach Sebastian wissen es macht was immer das ergeben soll ist schwachsten jeder Batterietipp hat Vor- und Nachteile die nicht alle nur mit Ohm Volt und Ampere gesehen werden dürfen deswegen haben wir ja auch Baugröße gewischt und bla 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 haben wir außen vor gelassen weil das weiß ja jeder das sind die zum Juni zum Beispiel eben im mobilen Einsatz einfach leichter ist und blablabla also das haben wir euch mal vorausgesetzt und noch mal darauf hingewiesen in der Reihe geht zum stationären Betrieb bestimmt zehnmal gesagt in der Videoreihe Live-Apours sind sehr leicht für die Energiedichte die sie haben die AGM die meiner Meinung nach wie eine Bleisäure aber sieht sind für ihre Stärke Blastbarkeit die bei Fahrzeugen gebraucht wird Lefburg können im Gegenteil zu Bleisäure oder AGM aber auch komplett entladen werden ohne dass sie gleich kaputt gehen ich empfehle noch mal richtig erkundigen wo man den falschen Informationen gibt da kriegt kein like mal wieder hoher Nacht gerade vertreten ich hab du willst du das richtig erklären und er sagt nö du erklärst das falsch wie zum Eisnussfahrt ist was mit LTO hast du noch nicht gehört ne auch mal deine deine Heizung in dein LTO Akku ein in einem halben Jahr auch dieses BMS wechseln und vielleicht kommst du noch mal wieder da möchte ich dann als erstes Entschuldigung lesen das Wort oder ich bitte um Verzeihung das ist wahrscheinlich besser gehen wir zum GWL schon da kostet die gleiche LATRIX 140 Euro dann gehst du zu hin da kostet eine 28 Zelle die um die 100 nur da ohne Mehrwertsteuer und mit 100 Euro und vergesst den Peugertwert bei bleibe darin nicht deine Rechnung geht leider nicht auf okay das habt ihr auch nicht gesehen ich habe mich auch gefragt ob er überhaupt weiß wofür nach sprüche ich nein ne was auf bei sowas hier lese ich nicht bin ich eigentlich raus scheiße ich habe euch versprochen dass ich auf jeden Dreck eingehe Matthias da bist du jetzt selber entschuldet das ist ein vollkommener Äpfel mit Birnenverkehr genau das was die ganzen Hersteller mit den Lieds im Eisnussfahrt mit dem 1C machen wird mir jetzt vorgeworfen dass ich euch darauf hinweist dass ihr nicht in die Schnellladung kommt und eure Akkus doppelt zu schnell kaputt macht das ist Äpfel mit Birnenvergleichen aber Junge was ist denn mit dir kaputt verpiss dich einfach alle was bist denn du für ein Experte aber zumal eben nicht nur der Beugert die Beugertgleichung den versuchten Kapazitätsvergleich einen Strich durch die Rechnung macht das ist wieder so ein Opfer ja EMC mit einem Play-Akku und dann sagen wir kommen noch ein paar Stunden reist beim 100 Amper-Stunden Akku da ist Sirup Brain Video geguckt ne das ist Sirup Brain Zuschauer allgemein mögen es Play-Akus schon einmal nicht oh man aber auch mit ihrem dünnschiss nicht wenn man sie effektiv 0% Ladung runter rockt ne das heißt dass man eher so um die 40% im Akku belässt wohingegen dass bei Lübner auch langfristig stehen die Züge sind nicht so stark schadet bis auf 10% zu fallen wobei natürlich im nächsten Ding steht ja ja darfst du aber eigentlich nur bis zum 40 spielen die zum meisten verhandeln ja jetzt werden Apple mit Donnen verglichen das wurde mir vorgemogen also bei meinen wie gesagt dreimal wiederholen mich wieder dreimal oder viermal Videos gezeigt ist die auf null runter rock dann wieder vollladen wieder auf null runter runter vollladen es geht wer labert scheiße habe keine Ahnung dann lässt sich bei simplen Vergleichsmessungen wie zum Beispiel BV-Anwendungen schlicht und einfach feststellen dass von den Exempel eines Play-Akus am Ende allemal Dreifluss herunterzurechnen sind um das mit Lipo-Zellen ansatzweise vergleichen zu können selbst wenn man keine Sicherheitsreserve im Play-Akus lässt eine C20 Bewertung wie eben unter anderem das ne was ist das IDR genau das Netz nennen Kapazitätsrating bei den Dingern ermittelt wird ist da völlig praxisfern für den hohen Wert die da draufstehen hat man bestenfalls vielmehr jedes saftige Mangel außer Acht gelassen eher um diese ja das ist Sinn ne du die Batterie überlasten dadurch kriegt er nicht den Wert raus und sagt dann Bleibatterien ist scheiße du bist genau so ein Opfer aber hier wird nicht woran er spricht ne aber hier sind Müllschreiben warum schreiben die dann Vertrag doch jeden Hersteller Digga jeden der das draufschreibt wegen Betrug weil er nur 70 Amperestunden rauskommt oder raff doch mal du Volltrottel dass du in Fehler machst dass ihr alle keine Ahnung habt wenn du nicht 100 Amperestunden also 100 Amperestunden Batterie rauskriegst entweder deine Batterie kaputt oder du bist ein dummes Schwein weil die DC werden nicht beachtest und mir vorwerfen wir wissen nicht mit was er spricht hier bestätigt das dass er ein dummer Horst ist alter veranschlagt man noch Sicherheit ist er für Lagenlebigkeit gelangt man dazu gerne genau ein paar Schalwert von halbe Kapazität auch wenn er generell so nicht unbedingt gültig ist preislich also nun wirklich kein Lagerung ich habe die die Preise habe ich sogar in den wir sind bei vier dann war aber die die Preise sogar noch mal oft gelistet als ausgerechnet und so nein das dort mal muss da hat ja keine Ahnung Hilfe Roman speedy Mensch hast du dich doch mal kurz da bin ich bei dir und meine unteren Ladegänzer Lieben liegt bei 20 prozent 20 prozent ich gerade noch zehn geheimen Problem hat er ich habe so schön gemein in seinen anderen Video zu ihm versucht zu erklären dass alles so nicht stimmt auch dass er sein ein guter so runter zieht verstehe ich nicht weil es eben nicht gut ist 50 Prozent Standort Quelle trust me Bro aber laut Action hat sein Staub Lager ja auch nach 9 9 Schwimmungsgrad genau wie gesagt wobei drei Prozent das habe ich damals falsch hat vergessen also drei Prozent im Play-Ago ganz sehr gerne mal seine anderen Videos und schön und die beiden fast immer habe ich auch kommen wenn sie uns ja auch schon so erzählen wieder auch immer noch an das über zehn Jahre durchhält obwohl das schon reise ja genau hat ich ja ein Video dazu gemacht das wird dann natürlich wieder hier ignoriert wo ich dann mal nachgehakt habe bei solchen Leuten die sowas behaupten da kam dann raus naja mein Tesla der hat jetzt 300 Zyklen runter nach zehn Jahren da fällt ihr drauf rein alter was ist da los speedy du musst doch mal nachfragen wie die Zyklen und dann kommt alles mäßig an ich habe immer nur noch eine Glühbirne dran gehabt mit 20 Schwatt auch die zum Übungsgeil da braucht er auch nicht mehr zu warten weil die Faktoren schon schwarz auf weiß nachzulesen sind genau die würde ist nicht jahres vergessen auf dem Markt nur bezahlbar ist es für den einen oder anderen eben erst jetzt geworden und dass man für Langnehmigkeit nicht mit 1C entladen sollte soll dem jedem bewusst sein oh speedy jetzt hast du dir mit einigen YouTuber verscherzt mit seinen Staubler August macht er das schließlich auch nicht speedy keine Ahnung ich glaube ich werde deine Kommentare nicht mehr ernst nehmen ja ich habe mit 1C nee warte mal warte mal jetzt will ich nichts falsches sagen doch mit ein zehntel C entladen genau ein zehntel C entladen und habe dann ist es dreifach also 0,3 glaube ich ja halt die 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 ins Komma noch was KW halt der scheiß Drucker was lauter ich einfach ihr kennt ja meine Videos habt ihr es ja gesehen ja und äh die du kannst halt ein Bleiago nicht mit 1C belasten und ja das schreibt er das macht er ja schließlich auch nicht weil die Leute das nicht begreifen Alter ist genau das wie oben drüber ne das sind halt sich auch einig Murmeln gibt es einen schönen lang Zeit ist und der hat seine 10 wirklich schlecht behandelt zurück im sieben jahre Winston Hose Schmidt Leiladetechnik auf der ersten Seite im Beitrag von Google und den ersten Link gibt es eine Simulation Zyklen Test von GWS PDF mit über 13.000 Zyklen bei 1C ob man dem Glauben schenken darf muss jeder selbst für sich entscheiden keine Ahnung warum er so krampfer versucht lieber schlecht dastehen zu lassen Sinn macht es auf jeden Fall nicht weil es bereits genügend Fakten gibt die es widerlegen ist ja schön dass er einen Stapler quasi von Apple und Ei bekommen hat wieder fit gemacht und sehr zufrieden damit ist aber seine Vergleiche sind einfach haltlos und jederzeit zu widerlegen ja widerlegst doch mal ne 7 Jahre steht jetzt hier und bla wieder 13.000 Zyklen ja komm mach das Märchenbuch zu Alter da kriegst du aber ein Dislike so ein Müll Alter glaubt ihr solchen Dreck in allen Datenblättern die wir zusammen rausgesucht haben steht drinnen 3.000 Zyklen ne um jetzt eben hier das Dogma muss man jetzt sind 13.000 Zyklen was mit LTO was ist mit den Y-Zellen was willst du mit dem Lithium-Eisen ist was fahrt direkt wo du dann noch eine Heizung einbauen musst dein Wirkungsgrad dadurch sinkt das wird ja auch nirgendwo erwähnt die Heizung die ist ja umsonst ne ach nee warte mal bei M1 Molter was hat er gesagt 300 kW Stunden im Jahr Eigenverbrauch der Lithium-Akku das ist Bombe da kann sie am Netz bleiben oha grüße wieder auch aus bei 6 26 besingen der Messung danach du was du kriegst in dem Datenblatt des Stablackes von 12 aus 7 million hast du dann auch fein 7 auf deinen und jetzt pass auf 300 am Akku gemessen also hätte er wenn man die Kapazität einfach halbieren würde schon trotzdem kein schlechter Wert trotzdem aber hau den Akku gerne mal voll und mess mal so habe ich das überhaupt schon gemacht ne ne das will ich ja noch machen und nein stimmt ich will die ne abklemmen und mal komplett voll laden damit noch mal den komplett voll werden weil die war noch nicht voll ah ah predato ohne R das hab ich vergessen okay da muss ich dann noch ein Video hinten ranhängen dass ich hier abklemmen den wie gesagt noch mal richtig probbevoll äh baller mittlerweile kann ich es auch wieder mit der Sonne beziehungsweise mit mit ja mit der Sonne nicht fahren mit der Helligkeit äh dass ich noch mal komplett voll krach und ich muss ja euch die Messung noch zeigen stimmt Digga komplett vergessen zum Glück hast du es geschrieben Alter der Jens Buchholz herzlichen Grüße geht raus erst mal super Video will das gar nicht sprechen zu den Preisen habe ja gestern erst eine Lithium vorgestellt die kostet als normale 12 Volt BMS in sowas in einer Rechnung fehlt 206 Euro bei Blei und den maximalen Ladestrom sprechen wir oft von 0,2014 und auch im Manifest war die Rede von der Höhle aus diesen Gründen ich habe ja nun auch seit 2017 Erfahrung mit Blei und Lithium und Weißerfahrt gemacht und du brauchst noch eine Lithium zu erfahren aber ich muss leider sagen dass die Lithium günstiger sind und einfach irgendwie besser im Alter gerade bei PV ist du hast auch die Pflege in Form von Wasser angesprochenen Gase warum ist die Lithium denn so scheiße wenn sie so viele Vorteile bietet LTO hat nur wenn es 2,4 ist ultra teuer noch aber wie bei allen haben wir die Kalendarsche Alterung der 10 Chemie also also simpler für dich die BMS scheiße dass du nicht die normalen Wechselrichter nehmen kannst weil der bei 10,8 dein BMS schon abschaltet dann musst du extern laden und du findest du so richtig geil dass du dann noch eine Heizung bauen musst einen Schrank mit Dämmung und dass das dein Wirkungsgrad wieder senkt weil die Heizung kostet ja auch Strom das wird nirgendwo erwähnt das lassen wir einfach mal unter dich fallen aber schön immer auf dem Blei rumhauen ja LTO ist teurer wie Lithium Eisenschutzfahrt oder Blei wenn du aber die Zyklen dir anguckst und das 10 fache der Zyklen mit diesen Akkus erreichbar ist musste ja auch irgendwo klar sein dass sie 10 mal teurer sein müssten damit dass du auf dem selben Preis oder teurer kommst die Realität sieht aber ein bisschen anders aus da kann man mal einen Taschenrechner nehmen da ist ja mit einem Handy drinnen und sich das mal ausrechnen in der Zeit der Lithium LTO ist teurer du sparst die Heizung zum Beispiel die ganzen 10 100 Jahre je nachdem wie lange hält wie du ihn behandelst was du damit machst und in der Zeit sagen wir jetzt mal 70 bis 80 Jahre ist ungefähr realistisch haben wir ausgerechnet ähm kaufst du eben dreimal den Lithium Eisenschutzfahrt Akku oder viermal sogar ich möchte es nicht mal ganz nur drei oder viermal ne also muss der LTO drei beziehungsweise ja sagen wir mal dreifache kosten damit es erst mal gleich wäre ist wieder dasselbe was ich dir auch schon öfters mal gesagt habe die Sachen alleine zu lesen bringt nicht du musst es so verstehen da ja ich mag deine fachkundigen Kommentaren ja er muss sich auch mal eine Live-Propo holen schlechter als 0,3 Millionen bei Betrugsverkaufung die eingebrachte Batterie aus chienischen Bussen verkaufen hätte ich auch noch hatte ich auch noch nicht Play hatte bei mir aber durchaus Chancen zum Beispiel wenn man auf Madeira oder so leben wo der Winter ausbleibt dann hat man das Problem okay ja gut das ist natürlich auch eine Sache okay das habe ich selber gar nicht äh ja wenn du jetzt in einem Land lebst wo überhaupt nicht du an die Null Grad rankommst dann ist natürlich dieses ganze Heizung und scheiße bei Kälte fällt dann natürlich schon weg aber sagen wir bleiben auch darum abonniert mal vielleicht damit der Influencer Werbe-Aggus bekommen hahaha das Problem ist dann ist dass die dass die Hersteller ähm naja schon die gucken sich schon an was du so bisschen auf YouTube machst und mit Gewissen wo manche Leute denken dass das fachkundige Leute sind oder Kommentare oder so die die suchen die sich halt raus ne Ampere Zahl da wissen die gleich äh das ist unser Werbepartner Digga ne und wenn dann eben bei Action kommt dann sagen hey Leute ihr könnt doch nicht ähm EMC äh Lithium Entlade Strom nehmen und das mit einem Blei Akku vergleichen und sagen Blei Akku ist scheiße weil im Blei Akku eben kein ENC liefern kann steht in jedem Datenblatt und das wird aber verglichen ne und dann vergleiche ich Äpfel mit Birnen ne ihr vergleicht Äpfel mit Birnen oder kriegt das eben vorgehalten von den Herstellern und rafft das irgendwie nicht ich weiß es nicht ne ne und deswegen stehen die Chancen schlecht dass ein Hersteller sich dazu bereit erklärt weil ich für ihn das auf jeden Fall nämlich soll man so sagen für den Pöbel negativ runterkommt ich zeige ja nur die Wahrheit mehr nicht ich zeige das was war fertig Ende aus mehr nicht ne und wenn man den Blei Akku um zu beweisen dass Blei scheiße ist 300% überlastet ja warum darf ich das nicht mit dem Lithium Eisenfachfad achso weil ihr dann den Blödsinn langsam mal bemerkt verstehst du deswegen krieg ich gehen muss doch mal das kann nicht so schwer sein hätte er gesagt lasst zusammenlegen da würden wir ihm einen sponsern können okay das war natürlich hatte ich ja auch an einige andere jetzt schon gesagt also ich kenne aber wenn ihr ich habe kann es euch nur anbieten ich habe den LTO 40 Amperestunden da und 40 Amperestunden Blei gebraucht vom Falco und ich würde noch 40 Amperestunden Blei neu kaufen die kaufe ich selber das bezahle ich weil ich die selber auch nutze dann aber den Lithium Eisenfachfad falls der eben auch kaputt gehen sollte und ich will den auch nicht nutzen deswegen bezahle ich den auch nicht ich weiß es Leute ihr wisst doch nicht wenn ihr das wissen wollt dann müsst ihr mir halt mal so ein Ding sponsern oder beziehungsweise leihen wobei es kann sein dass er kaputt geht wenn er kaputt geht und ihr leid ihn mir sehe ich dann zu dass ich über das NBN oder so das Mobil zusammenlegen und das BMS dann eben Erneuerung die Zellen werden das schon aushalten was ich vorhabe aber die Elektronik auf gar keinen Fall ne also da kann ich euch nur vorbauen vielleicht kann man es ja machen oder so mir ist es egal ne ich brauche das ohne was will ich mit dem Schrank wenn ich privat solche Dinger nutzen würden würden würde dann ja mobil und dann aber bitte mit Y ne wegen die Minus 20 Grad das wäre geil für das E-Auto also wenn da ein Hersteller ist hier ich baue mein Clio auf Lithium Y Eisenphosphat das würde ich machen Digga mit der Einschränkung halt dass ich halt nur bis minus 20 Grad fahren kann das da wäre auch ich mit dabei Digga aber mit den anderen trägt das einfach nur Müll und Abzocke Digga wer das nicht begreift sagt der kann mich am Arsch legen vielleicht fällt bei mir im kommenden Jahr ein bisschen Schrott an den ich sponsern kann wenn zwischen 320 Ampere Zellen eine Faule mit 240 dabei sein sollte oder so kommt das Pech an mit den Chinesen bisher gleichartige Ware bekommen aber wenn sich genug Sponsoren finden bin ich auch mit dabei ja moin die Kunden okay ja also wenn dann bräuchte ich 40 Ampere Stunden 12 Volt weil ich eben den Astrate den LTO gesponsert Falco die die AGM und ich würde dann also die gebrauchte AGM und man müsste jetzt halt mal überlegen ob ich jetzt eine neue AGM hole oder eine flüssig dann aber wie gesagt von meiner Seite aus kommt da auch nichts mehr außer ihr sagt jetzt ja ey oder irgendwann kommt ja ein Paket und da ist der Akku drin ja gut dann mache ich es dann zeigen dann kann man das machen ansonsten habe ich keine Ahnung bin auch gespannt ob man auf die Rest Kapazität von die Akkus und AGM Batterien eingeht also wie viel Energie nutzbar ist außerdem sind die also 100% oder 7 nicht bis zu 15.000 Zyklen angeben 3.000 Schafter schon eine Lithium Batterie also die Datenblätter die wir gefunden haben waren 3000 oder etwas viel die 80% Grenze ist bei Lithium im Groben bei 3 bis 800 wieviel sind eher so 2 bis 4 da ja das hatten wir das in den Datenblättern gefunden und den LTO liegen bei der hohen Zyklenzahl achso da hat er jetzt so wahrscheinlich Dings mit LTO verwechselt das sind aber 30.000 ja nur mal so am Rande leider muss man sagen je höher die Zyklenzahl ist desto mieser ist die Energiedichte aufgrund in den Dings kann man aber stimmt auch nicht also der Energiedichte ja gut doch in dem ja doch hast recht doch stimmt nimmst zurück stimmt hast recht aber ja geil Felsdifte ok gut 36 Minuten wir kommen in dem Ende nahe 4 und 16 Kommentare nur da geht's doch nächste zuerst selber machen naja wenn es dann brennt zahlt keine Versicherung das beantwortet ich ihm jetzt gleich mal kommt drauf an je nachdem was in deiner Versicherung wünscht die die ist kein gesetz liebe grüße damit ist das typisch beantwortet bei meiner suche sieht es genauso aus nur das paar EMF Videos auch von mir aussehen achso die weil die Suche so komisch war in dem Video hier eigentlich kann man alles zu einem gewissen Taten ich muss auch noch mal ran und mehr Postel Content wieder machen zurzeit ist aber gerade alles mit Arbeit das war ja vor einem Monat ok wenn man in der Suche weiter runter scrollt werden bei mir weitere Videos nachgeladen ja genau egal wie ist es bei mir nicht so warum war das bei mir nicht so bei mir war ja dann schluss ne beim runter scrollen ich weiß aber nicht worum gehst du da vielleicht warum Markus das wäre mal gut das kannst du mal oder weißt das hier mal von der Zuschauer warum ich nur zwei Seiten runter scrollen kann und Markus schreibt eben auch ich kann weiter und dann jetzt neue Videos irgendwann kommen die auf dem Geburtshilfe äh äh PS ich war dumm mein Nickelcutten mit dem Auto nicht mit dem F zu behandeln zu haben der Nobellobe ist ja nun leider verkauft bin aber gespannt was bei dir noch also ja Digga da hast du einen riesen Fehler gemacht habe ich dich damals auch drauf warnen wollen hab dich darauf hingewiesen hab dir sogar angeboten komm mit dem Auto her ich mach es dir umsonst Markus hat es hat dir nicht dran geglaubt er wollte es nicht wahr haben er schreibt jetzt selber dass er dumm war Markus genau dasselbe blüht er noch bei dem Lithium-Eisenwasserfahrt mehr wie das hier kann ich nicht tun mehr geht nicht ich habe dasselbe wie beim Auto du willst nicht hören dann musst du fühlen ist nicht mein Problem aber spielte dich halt oder äh auf deine Zuschauer zu denken weil du hast jetzt den Leuten das hier haben deine Zuschauer alle ja das geht muss man verkaufen ich bin ja besser jetzt dran mit dem neuen Auto und so ne bist du nicht Digga hast du ja jetzt selber erkannt war langer Weg Digga eh vor ehem Monat boah ich war dumm einzig ist der erste Weg zur Besserung mein Guder find ich gut gleich hast du auch raus ne und so ist es irgendwie zum Eisdurchfall es wird noch ein Stückchen dauern Digga werden noch ein paar Häuser abbrennen müssen und so und dann kommt die Leute ist einfach drauf ne und Zeit nach Zeit ne kommt Zeit kommt Rat ne also die Zeit wird auch die den Lehrmeister spielen das brauche ich gar nicht mehr habe ich jetzt so verstanden deswegen leider hat Thomas oha grüße das ist das Video was ich meinte wo du gezeigt hast wo du beim Bediene den Kondensator zwischen ja Bedini und Labornetzteil gemacht hast war vielleicht damals nur ein kleiner Zahnsfall Wink ich hab das damals auch schon soweit dann noch den nächsten Schritt gegangen sag ich jetzt mal vielleicht hat es auch Rick Friedrich nur gezeigt aber das Video alter Schleswig wenn du das noch hast Thomas ich würde es gerne so hochladen wie du es mal gezeigt hast ich kann dich schon rauspixeln ich könnte eine Stimme vor Unglimpfen oder Sonstiges aber das wäre das ist eben ein sehr wichtiges Video was eben ich sag jetzt mal Hashtag irgendwelche Stöße ne Thomas Ohtag war da einer der damals einer der Vorreiter in der Geschichte auch schade dass er eben aufgehört hat naja gut geht wahrscheinlich allen so dass er irgendwann die Schnäuze voll haben und da ist eben halt wie hier äh meistens ist schade dass aufgehört wird dass eben erst danach erkannt wird wie wichtig es war sag ich jetzt mal naja gut bei Roy ist es leider so dass die Videos zum einschlafen sind und bei seinen Bastlersachen null Akku Aufbereitungserfahren dabei ist er ist schon ein guter Bastler und einfacher aber er macht nichts draus und wenn man ihm das schreibt nimmt der ist persönlich hey Roy was da los hier nicht persönlich nehmen das ist ja deine Figur im Internet brauchst du nicht persönlich nehmen wenn was Akku auf hm welch ist das aber uhr uhr Roy ist auch schon lange dabei sogar so wie ich auch und ich zeige euch jetzt auch nicht jedes dritte Video wie ich ein Akku aufbereitet oder bla weil es einfach schon ich das zum Beispiel als selbstverständlich an sich kann es nur von mir ausgehen vielleicht ist beim Roy auch so ne das hat das schon dass das wie nennt man das Betriebsblendei dass du das schon voraussetzt ne kannst du ja wirklich schon einfach mal drauf ansprechen Roy ist jetzt eigentlich kein auch dass er sich persönlich nimmt worum er da äh vielleicht gewisse Sachen äh nix draus macht wie du schreibst finde ich gar nicht also ganz im Gegenteil Roy ist ja da eh einer der wenigen die dafür sorgen dass eben auch Leute die nicht äh selber löten oder basteln oder so dass sie sich eben die Sachen kaufen können ne äh und das darfst du nicht vergessen Roy hat auch ne Familie Digga und äh hat auch geht arbeiten äh hat ein eigenes Haus und ein Kind und naja Digga also Hut ab dass er das so alles unter einen Hut kriegt Digga schreib mal bitte danke Roy dass du das so machst alter wisst du also dass er das auch alles zeitlich gebacken kriegt und bla ja also da würde ich noch mal denken noch mal drüber oha ne ja auch Kinder oder normal also da hätte ich auch keine Zeit mehr lohnt sich nicht die sind nicht alle gescheiter als eine Karotte ja da gute Karotten Dings ne habe ich mir auch äh angeeignet die Karotten Geschichte also wenn ich von Karotten spreche das ist oha schuld da meine ich voll Idioten damit wenn ein Akku egal welches ein halbes Jahr länger im Gebrauch ist ist das für eine Menge für die Umwelt nur naja klar ne wenn jetzt hast du so ein Staab lager der ist noch zehn Jahre oder was weiß ich äh verschlammten kaputt und du machst ihn eben wieder sauber und drückst das noch mal 6 selbst wenn es mehr Jahre nur funktioniert ne ist doch scheißegal damit haben wir auf jeden Fall umwelttechnisch was geschaut getan und noch für die äh für die Leute da muss ja nicht gearbeitet werden muss 20% weniger arbeiten wenn es wenn er noch mal genau so lange hält immer 100% weniger arbeiten ist einfach zuletzt und ich habe oberstützungen aus dem Westen bekommen ein Spinner hat richtig gekönnt ich denke auch das erklären bringt nicht viel sie die kommen da unter dieser Reihe also mache ich es jetzt anders sachlich mit Beweisen und so weiter geht nicht dann muss ich es lustiger machen da wird mir das Geschenk helfen sei gespannt ok das war der der LTO ja das habt ihr ja mittlerweile hab nicht gesehen dass ich den hab bin nochmal gespannt was kommt leider muss man jetzt da schockieren um aufmerksamkeit zu bekommen naja jetzt also die Frage ob sie wills ich hab da kein Bock mehr braucht ja ne ich mache das so für meine Abonnenten jetzt noch unarschlichen kein Schnee kein Eis keine Sonne kein Strom kein Schnee kein 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 hm mit den Schütteln äh äh das geht mit dieser noch und noch etwas anderes 150 schwach Monos heute und gestern mit Victorin Lade 0 Wattstunden am Tag 300 Watt Mono 10 Wattstunden MFG Ok so so Meister Abel was sah es bei mir mit Schrottmittel zum blicken nicht aus aber viel wird es auch nicht gewesen sein vielleicht 30 bis 50 Wattstunden oder vor einem Monat ne guter war es auch noch bei mir auch noch weiß da hat ich äh fast nichts ne aber halt im Sommeranlagen muss man dazu sagen mit ins Winterausrichtung erst mit denen so da hätte es auf jeden Fall 5 mehr da gibt da auch mal jemand zu ja was über das Sven Grüße geht raus da soll ich das eben nicht rauskommen ne wo die meisten ne Winter oder 1000 KW da gab es einen Batterie Service der hat Leibatterien regeneriert da dann ja Elton hat Leibatterien wieder sind zum blick nicht ganz wie kommentare 20 damals an auch schon geschafft bin ich mein versprechen nachgekommen doch auch alles einzugehen dann haben wir alle karta wie vor drei wochen hier mit seinem gespam ergebnis auf den seien und klar wie war es denn wenn du die reihe erst mal an sich an deines kommentars klar aussichtig dass die reihe nicht komplett gesehen hast oder außersehen überhört das was ich sage meinungssinn für idioten es gibt nur tatsachen wiki steht als falschter hashtag eigensicher ach du bist dein lieber opfer und willst du es nicht wahrhaben dann verpisst dich einfach licht und liebe und so übrigens tolle fragen die du stellst nicht zu dir auch der kopf hier wenn du versuchst zu denken das ist schon gemein ich bin ein riesen arschler ist ja nett von dir dass du sobald jemand eine andere meinung vertritt gleich beleidigt wirst aber wenn man sich argumentiv nicht mehr zu helfen weiß versucht man es halt so beobachten dass sowas da noch so rauskommt wie war die frage hat gehen hat nur scheiße schreiben und kraft nicht noch mal in jedem video gesagt habe dass am ende alles eingegangen ist es eigentlich dass man in witz später erwähnt wird wenn man so extrem schluss zum blick merkt der blinde nicht dass er blind ist freue mich schon auf seine erklärung die etwas seltsam und kostenreifung also das bekommt man ja nicht gratis und auch wieso du keinen normalen akku genommen was zum kostenvergleich wie er hat doch wir hatten doch du meinst jetzt sind kompletten zusammengeboten mit bms und so ja da wird es ja noch schlimmer für euch muss das bms noch mit dazu ja gut hätte ich machen können okay hätte man ja habe ich nicht gemacht okay ich habe einfach die zellen verglichen digger dasselbe gut kommt einfach der bms dazu okay hätte ich aber das spricht ja wieder dafür dass dann ist ja warum ich so ein pilz habe in jedem video gesagt auf alle kommentare am ende nachher eingehe also guckst du mein zeugnis oder hörst nicht zu sehr gute betrachtungsweise deswegen habe ich mein lied zu machen und nicht im haus wenn das ding im haus ausgast dann ist das haus unbewohnbar es entsteht auch noch andere sehr giftige substanzen habe mich trotzdem führen wie zum eisersfad entschieden okay aber das ist schon mal das finde ich gut dass dir das vor allen dingen was ja fast nirgendwo steht gar keiner drauf eingeht dass du dich da gelesen hast das gefällt mir schon mal das ist richtig gut mehr und ihr seht doch hier ich bin nicht grundlegend gegen die zum eisersfad ich bin nur dagegen dass ihr eure lieben gefährdet und eventuell nachbarn noch weil ihr dumm seid und nicht lesen könnten mit giftigen zeug um mehr nichts versteht und blablabla also schon mal props gehen hier raus an elektronik extrem da gehen nicht nur props hause machst du videos nixi röhrer russisch 1000 also was der elektronik hier schon mal genau kenne ich habe ihn jetzt hier akku ich würde dich jetzt fast als opfer bezeichnen die zum einen da ist eigentlich denn das ist persönlich das ist halt einfach mal so schade dass du halt dass die kinder sind sehr gut egal wenn war ich durch schülpung immer ein magisches auge emil c4 am limit der hat trecke für alle rausgekommen drei monaten ach achten schrift okay du bist zur sache ich gucke ich mir dann in ruhe mal an das mittelschwache problem ist dass der preis bei solchen traktionsvaterien auch nicht gerade günstig ist das wäre der transport von dem teil andere bleibes kannst du knicken die sind nicht schön und das genau wobei also der transporte gar mein krieg sein angeliefert auf palette höchstwahrscheinlich das ding also kannst du zerlegen und dann wiegt so eine zelle 23 kilo ungefähr geht es nicht gibt leichtere sachen und alles ist richtig wer es ist arbeite im größten agm werk europas echt die agm haben wir jetzt schon hätte ich gesagt mensch kannst du mal eine 40 anberstunden bereitstellen eine neue vergleiche haben neue gegen alter war brauchen wir nicht besser wäre so eine lithium eisen verfahren servus wird versuche nach einer schott die diode es ist 34 b hauptsache und auch schon aussehen genau wie kann man denn erreichen sie zu speziell oder was die diode mich am besten was auf das tun wir mal hier extra die suche bauen da gucke ich dann noch hat man das ist wahrscheinlich eine alte die kinder mehr hat oder so vielleicht haben wir die ich habe ja ich guck mal die tat aus der jens schröder zitat aus der studie die die unsere zeit von die zum eiswort belegen soll in einigen fällen kann sich das lib nicht selbst entzünden und stattdessen nur eine große menge an gasen oder arosolen freisetzen insofern wenn die kathode relativ sicherer lief bevor es okay fand heraus dass feuer wenig einfluss auf die TRs wahrscheinlich thermische ausbreitung eines kleines modul aus 6 l i bs hat um das verbrennungsfall zu untersuchen haben einige ermittler 15,2 ein fahrzeug angewendet um die ausgewogenen Materialien manuell zu entzünden in dieser studie wird die manuelle entzündung in einigen Tests eingeführt um die Wirkung der Flamme auf das die Abwahlheiten okay Prozent im Knochen Knochen passt heute alles gute liebe grüße stimmt heute müsste ich jetzt und nicht besser aber auch noch die stromis habitek weiß nicht ob es gesagt wurde auch die bekanntes bei den die zum akkus und ich meine auch bei den bleibsäure akkus im brandfall wenn das drumherum brennt entsteht Flusszäure du weißt was das ist also ich weiß was Flusszäure ist das ist die ätze ja ätze Säure die man kennt jetzt sogar Glas weg das Zeug frisch so gut wie alles durch und bleibsäure Akkus das weißt ja ist Schwefesäure K.A. was daraus kommt wenn die Koch aber eine Wolke aus Schwefesäure ist auch nicht lustig Säure entsteht auch noch bei einigen Akkus ja ja was 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 bei Lithium Akkus echt jetzt dass das wusste ich nicht mehr lustig da war es ja richtig lustig okay nicht so schön bei der Säure das hat man oder mich hat es mir auch in dem Video drunter gesehen ich habe schon wieder vergessen schweflige Säure ist es nicht das was nach vollen Eiern riecht dann wirst du dass dein Akkuschrott ist kenne es leider selbst durch meinen Wohnungsbrand 2015 rostfreier Edelstahl oder auch egal was ein Metall da ist hat Rostblecken beziehungsweise ist komplett verrostet angegriffen und da kannst du nichts mehr machen außer wegschmeißen ich hatte Lithium Ion und Bleisäure und auch Alkalienickel Akkus da gehabt im und in unmittelbarer Umgebung zum Brandherd und die Metall Sachen waren zwei drei Räume weiter stimmig da ist nur noch die Ruhe scheiße man ist allein ist es nicht vor dem Brand ich hätte ja selber auch schon Brand das ist jedenfalls alles Kacke ja würde ich jetzt mal vergleichen mit mit dem Klamotten mit Säure rum mehr aus wenn du mal ein Tropfen raus kriegst kannst du Klamotten und Wecker und die ist nie wieder raus naja Mieses Sache sowas ne ich will ja selber wie es ist so dann haben wir Thilo von Stilfried so ein Schwachsender den der Typo zählt wer heute noch Sprecher als die Sprecher hat hat zu viel Geld und zu wenig Ahnung von die zum Eisnussfang die zum Eisner gibt es komplett mit BMS zu kaufen oder auch als Einzelne da kann man in den Böller so will es ja nach Bedarf wählen wie bei Blei Mission Welt bis heute noch nie zum Eisnerfahrt sind bin ich auch wie bei der Lüste die Junge zu Mr. 31 der Chris naja wenn ich bei Säure für sie in den Ring nehme gewinnt die zweiter war weniger gewicht bei gleicher leistung weniger platzbedarf das sind die mobilen anwendungsgebiete hast recht geht aber nur bei mobiler anwendung der das herr stationär keine rolle spielt keine belüftung gegen gas und da verschlossen längere lebensdauer bezüglich ladezyklen bin ich nicht der meinung beziehungsweise ich habe die akkus da da kannst du dir empfehle ich dir mal die reihe zehn jahre alter stapler akku oder zwölf jahre oder 15 guck einfach mal stapler akku auf meinem kanal wie ich den regeneriert habe und das immer weit über den zyklen was ein lied zum eisen fast wahrscheinlich jemals liefern kann extrem nieder innen weniger verluste gott das stimmt eigenbau ist lage unabhängig dabei ist es bestimmt wegen säurekacke und belüftungen sind scheiße aber belüftung brauche ok das stimmt über länger lange entladen bleibt die spannung nahezu unverändert spielt keine rolle ps umarie das buggy die mit 10,8 deine 203 schulden nachteile hoher aufwand für schuld schulden belegen sehen hoher aufwand für schuld schulden zauber die zu millionen hochdinger noch nicht mal als nachteil nehmen also da muss ich mal für links sprechen strom begrenztes laden zu behalten man muss noch nicht mal macht man sie vorteile bei play sondern ist kein aufwendiges laden vor na gut die lade von waren sind auch scheißegal die hast du deinem kasten drin und glänzt das an das spieler sowieso keine meisten wissen kein balance notwendig das ist falsch wenn sie sind wäre notwendig um den ladewirkungsgrad zu steigern weil eben mit über kochen ist überlast das ausgleichen der zellen erreicht wird kannst du auch machen damit steigt dann der ladewirkungskraft einfache produktion gut können nachteile bei place gute belüftung beim laden notwendig wegen kinder so mit dem sauerstum kommt doch an wie du machst ne man du bleibst das bei den 50 was nicht zu empfehlen ist dann wäre es auch ohne das möglich wobei dennoch die belüftung braucht wie ich das eben sagt dass man dann mindestens zwei dreimal im jahr wenn man die august nicht auf 100 immer hält da wo die dann mal dmf pro macht die richtig problem voll lebt das eben diese vertierung nicht eintritt also das ok belüftung das stimmt habe ich dran gedacht dass man beim stationären eine belüftung braucht okay dass das stimmt habe ich das ist eine gute kritik das habe ich nicht gedacht der motorabhängige ladekurven hast aber die zum eisenphosphat auch sogar haltbarkeit nur bei 30 40 sind die knacken die hat dann auch schon zusammen nachfüllen von destillierten wasser das kann man ein bisschen hast recht kann man ein bisschen einschränken wenn man die eben nicht jeden dach kochen lässt normal muss jeden dach kochen lassen weil eben ladeverfahren scheiße sind aber du kannst es mit dem dmf ausgleichen linken klein anzeigen findet dort starke akzeption von kamen verbindungen oder der umgebung bei austritt von säure das ist jedenfalls scheiße das sehen auch mein videos wenn auch so schlampisch sein wie ich beziehungsweise bei mir ist die gummidichtung beschädigt ist das halt einfach mal so so fahrbedingungen sind von der rechstungsfähigkeit kann man auf jeden fall rückgängig machen oder zum teil rückgängig mal ich habe so prozent also geht gibt es auch mehrere videos schlechtere lade zyklen festigkeit da gehe ich nicht mehr das ist meine erfahrung ist es ist eben das doppelte sogar also theoretisch wenn der jetzt noch sechs jahre hält wenn ich sechs jahren oder ich müsste es noch mal genau wie ich jetzt nicht weiß jetzt wirklich nicht sagen mal in sechs jahren sechs jahren auf dem youtube-kanal wieder in entladet das mit drei kw schaffe dann habe ich 6.000 zyklen also zwei leben für den die zum eis und das war dank bei halbem preis und leute schreiben das bin ich ja gut das ist ja gibt es auf jeden fall noch mehr also man muss halt immer stationär aber mit der belüftung war gut der vielen lieben dank das habe ich auf jeden fall nicht bedacht da weiß ich jetzt noch mal darauf hin dass man bei einem play akku auf jeden fall auch vor allen dingen dann starb lage sehr große ausschießt der polsischen belüftung das ist klar da brauchen wir nicht mehr reden wesentlich ist noch die entladetiefe und der polgott effekt als noch naja wenn du denkst dann ist das so der manfred lebenskunstler morgen platz und gewichtsvergleich fehlt oder habe ich übersehen hast du übersehnte ich hatte darauf hingewiesen dass es den stationären bezug geht bei stadt so nach anwendung weniger das schreibt es denke gerade das idee ging um stationär alles gut meine frage nach einem pulser bei einer neuen agm oder überzüglich erleben so ist noch unbeantwortet meine frage nach einem pulser bei einer oder bin ich jetzt das schon zu halt nach beider dass ich die kommentare jetzt eben erst in dem video ist zu lange her es ist ehrlich gesagt nicht was damit will da jetzt wissen ab dem akku auf frischung insgesamt die lebensdauer verbessert oder geben wenn das die frage ist weiß ich nicht kann ich da nicht beantworten ich glaube es aber nicht also ich denke dass die chemie an sich dafür soll dass die nach zehn jahren beziehungsweise 12 15 dann eben und sagt machen sagt zu machen das war es in westung guten rutsch wünsche ich dir ja danke dir auch nachträglich aber ist morgen eine steuer abrechnungsperiodenwechsel aber mit mama spieler mit ich möchte auch nicht in dem raum mit bleibatterien schlagen weil ich die gefahr des was nachtens auch nicht bei liebe wo sie zumindest bei pv nachtens aber in pen übernachten sagt so macht uns übernachten die bekommen weiß die gebacken und gehen hoch durch überladung ich habe genug batterieräume beruflich aufbauen müssen und auch genug tüff abnahmen durchgeführt das gilt für lizen also sagt genauso wie für play ok eigentlich für jeden akku raum in gebäuden eigentlich ist jeder akku müsste hat vor und nachteile auf die elte wo nicht perfekt war was dann nicht perfekt dran wünscht doch ich würde es eher so definieren das lied zu einer diskrepanz zwischen der stromstärke maximale ladung und entladung hat und dadurch probleme entstehen dein foto wo es die bude zerlegt hat war ein pv speicher von du weißt ja wir keinen namen nennen aber erste reaktion des herstellers war die reduktion der gesamtkapazität in bestehenden anlagen na ok mit lithium ion in den wald gekippt das ist aber nicht so ganz recht da geht es ihrem handy laptop kamera ist da hat sich die anfallende menge nicht wirtschaftlich gerechnet eben ein nachdenken kapitalismus aber das wird kommen hoffentlich ja gut habe ich ja ein video gesagt dass ich denke wie gesagt bei akku war auch nicht immer 100% recycelbar das ist also das ist klar denke ich auch interessant wäre also wenn du jetzt hast du also die 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 anforderungen von dem batterie raum wenn ich jetzt richtig verstehe sagst du es sind schnuppe sind annähernd gleich doch mal aber brauchen wir denn bei lithium eislauffahrt eine belüftung nach trabe müsste ich jetzt sind die hoch eigentlich wahrscheinlich für den fall wenn doch mal was ist das könnte sein dass das bei blei immer sein muss und allerdings eben nur im falle wenn das hoch geht und druck ausgleichen das ist eine bombe ja kann ich jetzt so brauche ich jetzt nichts hinzufügen mit dem wald gekippt weil sich mittel über dramatisieren da ist klar das haben es nach china geschafft der wirtschaft ist das egal da wo man geld verdient wird verkauft man müsste mal schon mehr menschen durch brände sterben oder durch und ein wahl noch nicht weiß nichts dabei gewinnt aber wenn man eine Person nicht mag dann kaufen wir die breit und sagen immer zuhause anladen mit schnell level hoch 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 also so böse wie ich manchmal das gefällt mir wenn ich das unterschreiben wenn ich mit dem buchen mich mit dem mit der Führung und Hauptsache sind extra anzunehmen Prozent ja auch ist aber war der dort gibt es nichts zu zu finden bin ich ein guter Stange noch macht richtig dort eine lacht mich alles auch schön das bringt auch Freude lachsmilies und Daumen nach oben jeder lacht um mich an oder ich will es nicht besitzt ja schwedisch denn jetzt sehen wir haben vor dem Spiel soll bei sieben ich will mich allerdings mal echt zu bieten und oder den müssen extrem gefährlich durch die Branden bei den ich muss uns gefolgt die gegen den bedeuten das Postum als noch irgendwelche Blei oder die zum heißt das war an welchen Punkt wir uns aber möglich muss ich auch einig sind man schläft nie in der Nähe eines Anwes der ein Haus oder Autofus oder Fahrzeugversorg würde ich auf jeden Fall auch unruhig schlafen da gebe ich dir auf jeden Fall recht wir haben es geschafft man aus ich bin echt auf alles eingegangen ich muss jetzt noch ja mein Akku noch mal komplett voll machen ich bin bei minus halben kW ähm ja das muss ich irgendwie wieder rein kriegen und dann hefte ich das jetzt glaube ich hier hinten noch mit ran das hatte ich euch ja gesagt das Messgerät ist ja jetzt so wieder da schenken mit dem Video so ein bisschen naja wird das ja merken ihr seht es ja selber gut in diesem Sinne lasst das mal krachen ich schaue das einfach hinten ran die Messung vom Akku jetzt ist ja nur mal kurz das Messgerät ranhalten und gucken vielleicht hat er einen schlechteren Wert vielleicht mir ist es ja egal ich bin Autorik haut rein lass krachen tschüssi danke fürs Einschalten tschüssi tschüssi Vielen Dank.